Sollte das eine Farbe sein oder grau? Das ist Grün. Das ist Josus Grün. Das Problem ist, wenn es heute das passiert, das heißt, Josus Webseite gibt es erst wieder, wenn ein neuer Hetzner-Server online ist und ich unter viel Stress meine Backup-Strategie testen werde. Kein Google-Cache? Warum die, gibt es awesome, also darum die lokale Version von der Homepage. Bald auch eben wieder unter kifat.at slash josus oder einfach josus in Google eingeben. Ich wollte das Fenster nicht verschieben. Und da findet man so nette Sachen wie das Handbuch, die Präsentationsslides von der Präsentation, ein paar App-Notes, ein paar in dem Fall zwei Stück, die ich bereits geschrieben habe, und ein paar andere Sachen. Und die komplette Kommando-Referenz ist auch online. Also das ist etwas, was vielleicht dann praktisch sein kann, wenn man mal ein bisschen schauen möchte, was Josus einfach kann. Dann kann man auch auf die Web-Page schauen, wenn man wieder online ist, und sich da durchklicken und muss nicht anfangen, wenn man einen riesen Haufen C++ zu installieren, nur damit man sehen kann, was die einzelnen Kommandos machen. Gut, nachdem wir hier so eine nette kleine Runde sind, frage ich jetzt einfach mal, wer hat denn schon mal was mit Hardware-Beschreibungssprachen gemacht, also VHADL oder VHADL? Na ja, gemacht. Also, was anderes anschauen. Okay, also... An anderen vielleicht über die Schulter geschaut, wie sie die anfahren. Also, man kann auch auf dieser Homepage, wenn sie dann wieder da ist, auch schauen, auf kliff.at, gibt es einen alten Vortrag von mir verlinkt, und alt heißt mindestens acht Jahre alt, mit dem Titel Hardware entwickeln ohne Lötkolben, Einführungen wäre Log HDL. Da kommt dann eben quasi einiges darüber vor, wie man diese HDLs verwendet. Das werde ich hier nur ein bisschen oberflächlich machen, weil der Vortrag ja im Wesentlichen über mein Tool geht, und nicht über das, was das kann. Das heißt, ich stehe jetzt hier vor der Aufgabe, im übertragenen Sinn quasi, Leuten zu erklären, wie toll der C++ Compiler ist, den ich geschrieben habe, aber leider sind das Leute, die nicht C++ programmieren. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Ich hoffe, dass ich das hier ein bisschen einfacher mit mir verwendet. Aber, das passt ja ganz gut. Mein Vortrag gliedert sich nämlich hier in diese mehreren Teile hier. Über ein paar von denen werde ich nur so grob drüber gehen. Nein, so ein bisschen, das 150 Slides. Ich werde nicht 150 Slides in allen Details jetzt mit euch durchmachen. Aber der erste Teil hier, der ist nicht nur eine Einführung in Joses, und was Joses so macht, sondern auch eine Einführung in das, was in Tatebescheidung zu machen so macht. Und wir werden... um ein bisschen rüber zu kommen, und wir werden hier mit den Folien zu machen. Aha, ja, das ist so. Geht das doch nicht richtig? Ja, wie geht die aber dann nicht mehr? Na ja, das ist so. Ist das so schlimm? Ja. Ich muss auch mal mein Handy lautlos machen, das ist mir gerade eingefallen. Das ist eine gute Idee. Gell? Ich weiß noch nicht, was es geht. Ein neues Handy. Einfach ausschalten. Flugmodus. Ja. Ah, ja, Planmodus ist eine gute Idee. So, jetzt bin ich wirklich offline. Gut. Gut, also am Anfang habe ich hier ein bisschen einen Überblick daran, wie das eigentlich funktioniert, dass man heute digitale Elixirnik macht. Und eben mit digital Elixirnik meine ich jetzt nicht irgendwie eine Leiterplatte entwickeln, auf der irgendwie ein paar Chips drauf sind, sondern eben den Chip selber entwickeln, nachdem irgendwie Millionen von Transistoren sind. Und am besten soll es funktionieren beim allerersten Mal, wenn man das Ding fertigt, weil jeder Zyklus, das auszuprobieren, kostet wahnsinnig viel Geld und so weiter und so fort. Also setzt man sich nicht hin, man zeichnet eine Million Transistoren und sagt, baumendrücken und wird schon funktionieren, sondern man hat einen etwas strukturierteren Entwicklungsprozess, der dann in der Regel auch dazu führt, dass die Dinge, vielleicht nicht beim allerersten Mal, aber nach relativ wenigen Zyklen dann auch wirklich funktionieren. Und die wichtigste Strategie hier ist die, dass man mit Abstraktionen arbeitet, dass man nicht eben auf dieser untersten Level hier am Switch Level Transistoren zeichnet, sondern dass man eine abstrakte Systembeschreibung hat von seinem Design, also so eine Systembeschreibung, wenn ich einen Prozessor mache, kann es zum Beispiel das Instruktionsset sein. Da überlege ich mir mal, welches Instruktionsset soll das ein Prozessor haben, bevor ich Transistoren zeichne. Und dann gehe ich von dort in das, was man meistens unter dem nicht sagenden Begriff High-Level-Abstraction zusammenfällt. High-Level, was das soll? High-Level kann alles möglich sein. Aber wenn die Chip-Leute von High-Level reden, dann meinen sie eine Simulation, die vielleicht in C++ geschrieben ist, oder wenn es in einem digitalen Filter zum Beispiel ist, dann eine Simulation, die jemand in Matlab gemacht hat. Das ist eine Antenne. Die man in Matlab oder Python genannt hat. Ich weiß schon, aber es ist ja komisch. Am Schluss steche ich dann die Augen aus. Vielleicht kann ich es brauchen. Vielleicht kann ich es später brauchen. Aber noch sind die Folien so einfach, das ist eine Folie, auf der steht High-Level. Da brauche ich jetzt nicht die Lichter. Also das ist auch noch nichts, wo ich unmittelbar Hardware draus machen kann. In allermeisten Fällen. Wenn ich irgendwie in Python meine Simulation geschrieben habe, davon welches Instruktions-Set mein Prozessor ausführen soll, dann kann ich daraus noch nicht irgendeinen Chip machen. Aber bei der Signal-Pipeline, die in Matlab simuliert wird, schaut es inzwischen anders aus. Da gibt es inzwischen ganz, ganz nette Dinge, die dann Ere-Log oder VHDL-Code erzeugen. Mich persönlich macht das immer ein bisschen krantig, weil da sind dann Leute, die sagen, ich mache jetzt auch FPGA-Entwicklung. Okay. Der Punkt, wo für mich das anfängt, wo ich sage, jemand macht FPGA-Entwicklung, wenn er das in einer harte Beschreibungssprache macht, da gibt es zwei, VRLog oder VHDL. VRLog ist eben die Sprache, die ich persönlich sehr gern habe. Darum habe ich auch nur VRLog und JOSUS bis jetzt implementiert. Wenn irgendjemand der Meinung ist, der gehört unbedingt VRL hinein, dann finde ich das eine ganz, ganz großartige Idee und ich unterstütze jeden durch gut Zureden und diese Dinge, der einen VRL-Frontend für JOSUS machen möchte. Mehr kann ich nicht. In unserem eigenen Support gibt es auf jeden Fall von mir. Nein, ist schwierig oder? Also es ist sicherlich zum Teil so, dass VHDL auch ein bisschen schwieriger ist zum Implementieren, das wäre halt auch. Und aus dem Standpunkt, wo ich diesen Konflikt sehe zwischen diesen beiden Sprachen, sage ich, das kommt daher, weil VHDL von einem Gremium gemacht wurde und dort viele Leute waren mit sicherlich vielen Ideen, die isoliert alle sehr, sehr gut waren, aber wenn man alle in ein Ding zusammenstoppen, dann kommt was raus, was vielleicht ein bisschen zu viel kann. Meine Meinung. Das ist ein Beikommittier. Das ist ein Beikommittier. Genau. Das ist meine Meinung. Es gibt genug Leute, die das anders sehen und die sagen, VHDL ist ganz furchtbar. VHDL ist ganz großartig. Ich will aber gar nicht dazu sehr hinein in diese Sprache und erledigen uns geht. Die nächste Attraktionsebene wäre dann eben so eine, diese RTL, diese Register-Transfer-Ebene, wo ich dann die Schaltung habe, quasi als eine Netzliste, wirklich eine Schaltung, wo Komponenten verbunden sind. Die Komponenten sind dann entweder Speicherzeilen, Flip-Flops, oder sind irgendwelche Funktionen, die einen zuschließenden anderen überführen, also Addierer oder ein Undgatter oder was auch immer. Das wäre dann diese Register-Transfer-Level-Darstellung. Das kann man aber auch in der Sprache machen, oder? Genau, das kann man auch in der Sprache machen. Das ist auch ein bisschen... Früher war das so, dass nur sehr, sehr wenig von der Sprache Verilog oder VHDL synthesefähig war. Also das Allermeister-Sprache konnte ich nur für Simulationen verwenden. Und dann hat man gesagt, das ist ein RTL-Verilog-File, wenn es für die Synthese war, weil es sich darauf beschränkt hat, nur noch diese Speicherzellen zu instanzieren und einfache Logikfunktionen oder arithmetrische Funktionen, die halt einen neuen Wert aus einem alten machen. Und heute ist das alles sehr, sehr verschwommen. Also man redet dann von RTL, bei jeder Art von Synthese, weil das historisch von dort herkommt. Heute würde ich das sehen, dass auch wenn man oft das Wort RTL dann auch verwendet für die Files, die für die Synthese getrackt sind, dass das quasi eine Zwischendarstellung ist. Etwas, was bereits erzeugt wird aus dem Verilog-Code. Aber das ist sicherlich auch etwas, wenn man da fünf Bücher aufschlägt, findet man sechs verschiedene Definitionen, was diese Begriffe jetzt exakt bedeuten. So, dann haben wir hier zwei Dinge, die Gate Level heißen, nämlich Logical und Physical Gate Level. Also hier sind wir wirklich schon bei den Gattern und dann haben wir zum Beispiel keine arithmetrischen Blöcke mehr, die irgendwie Zahlen addieren können, sondern nur noch irgendwie, da ist ein Und-Gatter, da ist ein Oder-Gatter, da ist ein Not-Gatter. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass ich bei dem Logical Level immer noch nicht dort bin, was die physikalische Realisierung nachher sein wird. Da interessiere ich mich nicht dafür, welche Gattertypen ich über meine Zieltechnologie zur Verfügung habe, sondern ich interessiere mich nur dafür, welche Gattertypen irgendwie gut geeignet sind, um diese Logikfunktion abzubilden. Wenn ich das dann aber auf einem Chip machen möchte, dann nutzt mir das nichts, wenn ich eine Netzliste habe. Da steht an der Stelle, brauche ich ein X-Oder-Gatter, wenn vielleicht die Zieltechnologie eine ist, wo ich irgendwie nur einfache CMOS-Gatter habe, wie NAND, NO und NOT, oder vielleicht ein FPGA, wo alles mit LUTZ funktioniert. Das ist dann quasi dieser Schritt hier, dass ich von dieser logischen Repräsentierung zu der komme, die dem entspricht, was auf der Zielarchitektur tatsächlich verfügbar ist. Und da gibt es noch ganz unten die Switch-Level-Abstraktion, das sind dann wirklich die einzelnen Transistoren. Und der Schritt von hier nach hier, der interessiert einen Logik-Designer meistens gar nicht mehr, sondern der instanziert einfach quasi dieses Gatter und irgendeine Library ist einfach abgespeichert, durch welche Kombination von Transistoren dieses Gatter zu implementieren ist. So, früher ist man diese List hier händisch durchgegangen und man hat quasi zuerst irgendwie hier vielleicht Blockdiagramme gezeichnet oder eigentlich abstrakten Simulationen und dann haben wir eine Hochsprache eine Simulation gemacht, die mal beweisen soll, dass das Instructions-Set irgendwie vollständig ist und irgendwie sinnvoll funktioniert und so. Und dann hat man in einer HDL eine Simulation gemacht und dann hat man in diesem HDL-Projekt die einzelnen Module genommen und hat die re-implementiert, aber auf der Ebene und hat dann immer noch vergleichen können, was ich jetzt hier mache, was irgendwie schon sehr schaltungsmäßig ist, das vergleiche ich in der Simulation mit dem drüber. So kann ich eine Komponente nach der anderen auf diese Ebene bringen. Und wenn ich das gemacht habe, dann gab es schon sehr früh irgendwelche Programme, die das in diese Darstellung und diese Darstellung bringen. Natürlich auch ganz am Anfang waren das auch noch händische Prozesse. Heute sind diese Absorptionsstufen größtenteils etwas, was in meinem Syntheser-Programm direkt passiert. Ich als Entwickler, ich gebe nur noch so eine Beschreibung in einer HDL, einem Syntheser-Tool und das Syntheser-Tool macht selbstständig die Schritte, die notwendig sind, um das in die RTL-Netzliste zu bringen und dann die RTL-Netzliste in eine mit logischen Gattern und dann die logischen Gattern in die Gatter, die es tatsächlich gibt auf meiner Zielarchitektur. Ja, die Sell-Line macht in diesen letzten Schritten. Genau, und dieser Schritt von einem VereLog-File, das einfach das Verhalten von einem Chip mit einem gewissen Subset von VereLog beschreibt, hinunter zu einer physikalischen Gate-Netzliste, das ist das, was JOSUS macht und das ist das, was die meisten anderen Tools machen, die sich Synthesetools nennen. Es gibt dann hier auch noch viel Software für diesen Schritt, das ist ein Bereich, der jetzt gerade sehr im Aufbruch ist, dass ich bereits C-Code hernehmen kann oder eine andere Hochsprache und aus dem dann HDL-Code erzeuge über ein High-Level-Synthese-Tool. Also da gibt es zum Beispiel von Xilinx gibt es das Vivado HLS, das wäre zum Beispiel so ein kommerzielles Tool, das das kann. Es gibt auch ein paar Projekte, die Open-Sourcen oder zumindest irgendwie gratis zum Downloaden irgendwo. Manche von denen, da hoffe ich, dass die Autoren noch zu besinnen kommen, weil es gar irgendwelche Uniprojekte sind, aber die hoffen darauf, dass halt jetzt jemand kommt und irgendwie die Software von ihnen freikauft. Okay. Gut, also nachdem wir jetzt irgendwie ganz grob mal eine Vorstellung haben, wo das als JOSUS hingehört, habe ich hier noch eine kleine Zusammenstellung von Sachen, die man mit JOSUS machen kann und die man nicht mit JOSUS machen kann. Also man kann mit JOSUS fast den kompletten Sprachumfang von Verilog 2005 abdecken. Das ist eine vergleichsweise aktuelle Version von Verilog. Es ist eigentlich das Aktuellste, was sich Verilog nennt. Die neueren Standards heißen System Verilog. Das ist ein anderer I-Triple-Standard. Ein I-Triple-1800 und das ist, ich habe es vergessen. Der ist eigentlich wichtiger, weil mit dem arbeite ich die ganze Zeit. Und System Verilog verwende ich auch nicht. Ist das sehr unterschiedlich? Es kann viel mehr, aber ein wesentlicher Unterschied zwischen System Verilog und Verilog ist, dass es für Verilog einen Standard gibt, das synthesefähig ist. Und das haben Sie bei System Verilog komplett aufgehört. Und das war eigentlich lange Zeit bei Verilog ein Problem, dass ursprünglich Verilog, genauso wie VHDL, mehr für die Simulation gedacht war und dann ist es schrittweise aufgekommen, dass Tools immer mehr von Verilog synthetisieren können. Wenn man heute von Verilog synthetisieren redet und das, was das Standard von Verilog 2005 als synthesefähig vorschreibt, das war überhaupt nicht üblich. Bei der Hände? Ja, das ist schon vorbei. Das war überhaupt nicht üblich so um 95 rum und da hat dann Synopsis den Behavioral Compiler oder so herausgebracht, der eben als Alleinstellungswertbar gehabt, dass er genau das kann, was man heute eigentlich versteht und das ist ein Synthese-Tool, aber damals war es die große Neuerung. Und das ist eben ein bisschen schade bei System Verilog. Bei System Verilog habe ich halt viele, viele neue Features. Ich habe zum Teil objektorientierte Programmierung, wo keiner weiß, wie man das für Synthese verwenden soll, aber für Simulation kann das ja ganz praktisch sein, wenn man auch objektorientiert programmieren kann. Es gibt einige sehr, sehr interessante Konstrukte rund um formale Verifizierung, also Accertations gibt es zum Beispiel in System Verilog, dass ich sagen kann, also ich nicht, dieses Wire wird nie für mehr als drei Taktzykel hintereinander den State 1 haben. Und dann kann das in der Simulation automatisch mitlaufen und er schreit halt, wenn das halt doch passiert, oder ich kann auch in eine formale Verifikation damit gehen und kann irgendein Eingangsmuster in Zustand herbeiführen, in dem diese Isertation violated wird und der Pin dann doch für drei Taktzykel hintereinander den Zustand 1 hat. Also das sind alle Sachen, die im System Verilog gehen. Die meisten Projekte, die man so findet, kommen mit Verilog 2005 aus. Das dürfte jetzt irgendwie so auch der Konsens sein. Das ist das, was man voraussetzen kann. Verilog 2001 oder Verilog 2005. Die beiden sind relativ nah beieinander. Was ich noch mit Josus machen kann, ich kann alle möglichen Operationen auf diesen internen Netzlisten ausführen. Ich kann einfache Suchen- und Ersetzen-Sachen machen, die sich in einer Gattertypen durch einen anderen Gattertypen ersetzen. Ich kann formale Beweise innerhalb von Netzlisten führen. Das möchte ich irgendwie kurz herzeigen. Und man kann ein anderes Tool namens ABC aus Josus heraus verwenden, um Low-Level-Optimierungen zu machen und Low-Level-Mapping auf physikalische Gates und so weiter. Also ABC ist eben ein Tool, das auch schon von sich behauptet, ein Synthese-Tool zu sein, aber eben nicht ein Verilog-Synthese-Tool, sondern einfach nur ein Tool, das mit Gattern und so gut umgehen kann. Jedoch muss ich sagen, die Synthese so als Ganzes ist natürlich viel, viel mehr als nur, dass man Sachen auf Gatter runterbricht, sondern da gehört eben auch dazu, dass man zum Beispiel Block-Memory erkennt in dem Design und dann eben eigene Block-Memory-Instanzen auslagert. Und das ist eine Abstrakt-Ebene zu hoch für ABC. Also diese Dinge muss ich in Josus machen. Aber wenn ich dann bei Gattern bin und irgendwie sage, okay, wie kann ich jetzt diese Kombination von logischen Gattern und auf diese Kombination von physikalischen Gattern mit dem 3S-ATC ganz hervorragend. Und Place and Route ist dann die Ebene auf dem FPGA, wo was hinkommt, oder? Also das Place and Route wird von Josus nicht gemacht. Das ist eben hier, kann ich nicht. Und je nach Zieltechnologie ist das eben sehr, sehr verschieden. Und sehr proprietär, oder? Ja, und sehr proprietär. Also bei FPGA, es gibt von jedem Hersteller ein Tool oder ein paar Tools, die das können. Selbst wenn ich kommerzielle Tools, also wenn ich jetzt zum Beispiel Xilinx FPGAs verwende, aber nicht die Xilinx Toolchain, sondern ich verwende die Synopsis Toolchain für FPGAs, dann machen wir auch nur die Synthese, also im Wesentlichen das, was das Josus macht, gehen aber für Place and Route wieder in das Tool von Xilinx. Also auf der Ebene. Kann ich Place and Route sozusagen Vorgaben machen und dann macht den Rest das proprietäre Tool oder gibt es da kein Interface? Du kannst so Sachen machen wie Placement Constraints zum Beispiel. Du kannst sagen, diese DSP-Zelle gehört genau dorthin auf den Chip, so was geht. Wird auch oft gemacht für verschiedenste... Was man praktisch nie macht, ist, dass man händisch routet. Das können quasi auch kaum Tools. Aber wenn ich quasi ein Placement vorgebe, dann ist damit meistens schon das Routing mehr oder weniger klar. Ja, das ist ja auch massiv hardwareabhängig. Und deswegen macht es halt wenig Sinn, wenn man da nicht das Tool vom Hersteller der Hardware nimmt. Ja, ja. Ja, also vor allem will ich ja nicht nur das Design, das ich habe, platzieren und routen, sondern ich will auch wissen, wie schnell kann das denn sein. Das heißt, ich muss eine statische Timing-Analyse machen. Und obwohl man das Placement und Routen, das kann man sich noch irgendwie vorstellen, wenn man das reverse-engineeren kann. Und es gibt auch Ansätze, das zu machen. Es gibt zum Beispiel VTR, Verilog2 Routing. Das ist ein Package, das das für gewisse Exilings-FPGAs kann, die gesamte Chain. Ist Open Source? Ist Open Source. Verwendet im Augenblick als Sprachfrontend nicht JOSIS, sondern ODIN2, ein Tool, das behauptet, Verilog zu können. Aber ich kann ein paar Sachen herzeigen, Unterschiede zwischen. Also ich habe einige Tools getestet, bevor ich angefangen habe, mein eigenes zu schreiben. Und die ganzen Tools, die ich gefunden habe, die behaupten, sie können Verilog-Synthese, ja, die können ein Modul machen, in dem sie einen Input-Pin mit einem Output-Pin verbinden. Aber eben so richtig, Verilog-Synthese, wir werden dann nachher ein paar Beispiele sehen, was das Tool da können muss, kann ich nicht von denen. Und da habe ich aber jetzt diese Woche gesehen, dass irgendjemand auf GitHub JOSIS gefolgt hat und angefangen hat, Patches einzubauen, damit sie die Netzlisten-Formate schreiben kann für VTR. Also möglicherweise wird JOSIS bald das Frontend von VTR werden. Es gibt noch andere, es gibt Q-Flow zum Beispiel, das ist ein freier Flow für ASIC-Designs. Das ist ein bisschen einfacher zu generalisieren. Also für den Design-Ingenieur, würde ich sagen, ist ein ASIC-Design schwieriger zu machen, als ein FPGA-Design. Einfach darum, weil du nichts ausprobieren kannst und so viel daran hängt, dass das jetzt irgendwie auch funktioniert. Normalerweise machst du das erstmal in einem FPGA, probierst du es soweit aus? Ja, dann hast du es ja nur mal logisch verifiziert. Aber dann hast du immer noch, also ganz oft gehen dann Chips, so ihre Projekte schief, weil irgendwas schiefgegangen ist beim Anbinden vom IO-Pin. So was in der Richtung. Das sind dann oft Sachen, wo dann die formalen Verifikationstools auch aussteigen und so. Also meine Erfahrung bis jetzt war, dass ASIC-Designer irgendwie sehr, sehr nervöse Menschen sind. Das ist, die laufen jetzt ein bisschen rum. Aber eben aus der Sicht der Tools ist ASIC einfacher als FPGAs, weil das ein generelleres Problem ist. Ich kann das viel, viel einfacher generalisieren für alle ASIC-Prozesse, die es gibt und ich kann viel einfacher diese Fragen beantworten, wo ich bei FPGAs eigentlich nur mit dem Hersteller in engen Kontakt treten kann, um herauszufinden, wie die Timings genau funktionieren und solche Sachen. Und Q-Flow hat auch vor eineinhalb Jahren noch Odin 2 verwendet, als Frontend, wenn jetzt auch los ist. So, wenn ich jetzt mit dem JOSIS arbeite, wie schaut da grundsätzlich der Datenfluss sozusagen aus? Und das ist eigentlich wenig überraschend, wenn man schon irgendwann mal was gemacht hat mit Compilern oder sonst was. Ich habe hier unterschiedliche, relativ gut voreinander getrennte Module, die eigentlich nur darüber miteinander reden, dass es ein gemeinsames Austauschformat gibt und quasi dieser Teil hier, wenn er fertig ist, hat einfach das Design im Speicher in diesem Format zurückgelassen und die nächste Komponente, die dann auf dieses Design losgeht, findet sie eben vor in dieser Repräsentation, baut sie irgendwie um, macht eine Änderung, gibt es den aus. Und ganz am Anfang gibt es einen Frontend, das erstmal den HDL-Code in diese interne Darstellung bringt und ganz am Ende gibt es ein Backend, das dann diese interne Darstellung in etwas umwandelt, das man irgendwie außen verwenden kann, also irgendein Netzlistenformat zum Beispiel. Eine etwas andere Möglichkeit, das Ganze hier zu sehen, wir haben hier in diesen Kreisen die beiden internen Darstellungsformate, die JOSUS verwendet. Das eine heißt AST und AST soll natürlich für Abstract Syntax Tree stehen, ist aber de facto mehr als ein Abstract Syntax Tree. Also es ist quasi eine Art Abstract Syntax Tree++ und in dieser Darstellung werden sehr, sehr viele High-Level-Dinge von Verilog abgearbeitet. Also in Verilog gibt es so Sprachfeatures wie zum Beispiel einen Generate Block, der so eine Art Makro-Präprozessor ist, mit dem wir irgendwie regelmäßige Schaltungen aufbauen kann, wo dann auf einmal sehr, sehr viele Sprachfeatures erlaubt sind, die eigentlich nicht synthesefähig sind. Aber quasi in diesem Präprozess, wenn ich dort meine Schleife habe und die rennt und instanziert Dinge, kann ich fast auf den vollständigen Verilog-Sprachumfang zurückgreifen und das wird alles in dieser AST-Darstellung gemacht. Und das ist der Teil, wo ich den Leuten meistens abrate, quasi wenn sie jetzt neu bei Josus sind, irgendwas zu machen. Also oft ist das ein erster Impuls, dass man irgendwie sagt, ich baue irgendwas ein, quasi in Verilog als Sprache, als neues Feature und erweitere in dieser Art und Weise Josus. Und das ist natürlich möglich, das kann man machen. Es ist mir viel, viel schwieriger als Dinge zu machen, die in dieser Darstellung hier laufen, wo ich schon in einer Netzlisten-Darstellung bin. Und die meisten Sachen, die würde ich sagen, von praktischer Relevanz sind, dass man das anpassen kann, passiert hier. Also wenn ich jetzt irgendwie eine neue Architektur unterstützen möchte, wenn ich eine neue Art von formalen Beweis führen möchte, das wird alles hier gemacht. Und hier gibt es eigentlich kaum Notwendigkeit, neue Features einzubauen. Einfach darum, weil in der Hardware-Entwicklung das nie so ist, dass ich einen Verilog-Source habe und der wird nur von einem Tool verwendet. Also wenn ich zum Beispiel Fernware entwickle, dann kommt das oft vor, dass ich irgendwie genau einen C-Compiler habe und nur den verwende ich, weil das ist der C-Compiler, der zu diesem Mikrocontroller gehört. Dann habe ich überhaupt keine Hemmungen irgendwie, die C-Spracherweiterungen von diesem Compiler zu verwenden für, weiß ich nicht, Inliner-Assembler-Code oder was auch immer. Das werde ich bei Verilog kaum machen, weil wenn ich ein Verilog-Projekt habe, dann werde ich die gleiche Code-Basis durch mein Synthese-Tool durchschicken wollen, durch mein Simulationstool durchschicken wollen, meistens auch noch durch ein anderes Simulationstool durchschicken wollen. Dann habe ich irgendwo ein formales Verifikationstool. Vielleicht ist es ein ASIC-Projekt, wo ich zuerst auf einem FPGA-Prototyp, dann werde ich zwei Synthese-Tools haben aus diesem Grund. Das heißt, es gibt relativ wenig Fälle, wo ich bereitwillig in meinem Verilog-Code ein Sprachfeature verwenden werde, das nicht Teil des Verilog-Standards ist, sondern etwas, was nur ein Tool kann. Und darum sage ich, nachdem Verilog 2005 sehr gut unterstützt ist, gibt es relativ wenig Anlass, hier was zu machen. Die meisten Sachen sind da andere, neuere Verilog-Dialekte. Ja, also es gibt ein paar Sachen aus System-Verilog, die wären sehr interessant und früher oder später werde ich mir da auch das eine oder andere natürlich vorknöpfen. Und selbstverständlich, wenn jemand einen VHDL-Frontend schreiben möchte, dann ist eine Möglichkeit, das anzugehen, die, dass ich nicht den VHDL-Frontend mache, das direkt in diese Darstellung hineinarbeitet, sondern, dass ich eben diese AST-Darstellung vielleicht noch um ein paar zusätzliche Knotentypen erweitere, die notwendig sind, um auch den Funktionsumfang von VHDL abzuwandeln und dann würde man VHDL halt mal in ein VHDL-Abstract-Synthetics-Tree übersetzen und dann irgendein Ding machen, das einen Tree in einen anderen Tree umwandelt und dann wären wir in diesem Flow hier drin. Das ist ein bisschen auch ein Problem bei diesem Thema VHDL-Frontend, weil man sich überlegen muss, wie viel von VHDL möchte ich unterstützen. Und wenn ich quasi sage, mir reicht das ein sehr, sehr kleines Subset von VHDL zu unterstützen, zum Beispiel das, was Tools erzeugen, die System-Level-Design machen, die nur andere Dinge instanzieren und dann die Dinge miteinander verbinden, aber eigentlich sonst nichts tun, also ein bisschen eine aufwendige VHDL-Netzliste, dann werde ich das auf jeden Fall so machen. Aber wenn ich mir jetzt das Ziel setze, VHDL in seiner Gänze zu implementieren, dann würde ich mich wahrscheinlich über diesen Weg beschränken, mit dem, was ich mache. kann, also sollte irgendjemand den nicht zu bändigen Trank haben, VHDL zu implementieren, ist das eine Überlegung, die man gerade am Anfang einstellen sollte. Ist das jetzt schon roundtrip-fähig, dass du das erst wieder als verylocker ausschreiben kannst? Spannend, ich kriege diese Frage sehr oft. Nämlich immer dann, wenn ich von VHDL-Frontend rede, das ins ASP geht. Es gibt eine Debug-Switch, mit dem das sogenannte AST-Frontend, also wir haben eigentlich zwei Frontend, das ist ein Verilog-Frontend, das AST macht, dann passiert da alles mögliche und dann wird das AST-Frontend in RTLL umwandelt. Das hat einen Switch, mit dem ich wieder Verilog erzeugen kann. Das ist aber Verilog, den ich nie in ein Simulationstool hineingefüttert habe und wo ich jetzt schon zwei, drei Sachen weiß, die man noch quasi machen müsste, damit das wirklich eine Verilog-Ausgabe ist und nicht nur ein Debug-Dump, der sich syntaktisch sehr nah an Verilog anzieht. Nur, wenn ich einmal hier bin, dann kann ich auch diesen Weg gehen und dann bin ich beim Verilog-Backend und dann erzeuge eine Verilog-Netzliste. Ja, aber dann bist du von der Abstraktions-Ebene tiefer. Dann bist du von der Abstraktions-Ebene tiefer, nur eben, wenn das AST-Frontend fertig ist, dann bin ich eigentlich schon ziemlich nah am Thema. Also dann habe ich eigentlich in AST etwas, was dem entspricht. Ja, jetzt haben wir so viel. Die wichtige Darstellung ist die hier, die RTLL-Darstellung. Es gibt andere Frontends, die direkt in diese Darstellung hineinarbeiten. Es gibt eben viele Passes und Kommandos, die in dieser Darstellung arbeiten. Und am Schluss kann man es dann quasi in eins der Backends schicken, um wieder eine Ausgabe zu zeigen. Ja, das habe ich erfunden hast, das RTL-IL. Ja, das habe ich erfunden, das steht für RTL-Intermediate-Language. Und ist eben sowohl eine In-Memory-Darstellung von dem Design, als auch eine Textrepräsentation von dieser In-Memory-Darstellung. Also das E-Lang-Backend hier. E-Lang, das ist die, so habe ich das Textformat genannt, das dem RTL-IL entspricht. Und das ist hier einfach zu parsen. Also es gibt einen Pastral-Parser für das E-Lang-Format, weil es ein PhD-Projekt gibt, das JOSUS für Cross-Grain-Synthese verwendet. Und der Mensch ist ein Pascal-Fan, also hat er einen Pascal-E-Lang-Parser geschrieben. Gut. So, also jetzt habe ich ein bisschen lange geschwafelt über so ganz, ganz allgemeine Dinge, welche Abstraktionsebenen es gibt und die Synthese, das eine Abstraktionsebene nimmt und in die andere überführt. Schauen wir uns ein Beispiel an. Und was ich jetzt hier zeigen werde, der Reihe nach, sind zuerst die JOSUS-Skripte, die man braucht, um das Beispiel zu übersetzen. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden bis für Wärelox reden. Aber dann sehen wir Wärelox, nämlich das Beispielprogramm, das wir mit diesen Skripten übersetzen wollen. Und zwar wollen wir das übersetzen in eine einfache CMOS-Zell-Library, also wo ich NAND habe und NOR und NOT, also lauter invidierende Gatter und ein einfacher Sliplot. So, also wenn ich JOSUS verwenden möchte, dann muss ich für JOSUS so ein Synthese-Skript schreiben. Also das ist schon mal ein großer Unterschied zu, ich rufe einen C-Compiler auf, weil meistens muss ich für einen C-Compiler kein besonderes Skript schreiben, sondern ich sage einfach C-Compiler mach. Und das kommt natürlich daher, dass der C-Compiler schon weiß, wofür er kompilieren muss. Meistens ist es ein Compiler, der das native System targetet. Aber JOSUS weiß halt nicht, was es tun soll, was das Ziel ist. Das heißt, die Schritte, die in den C-Compiler eingebaut sind, die muss ich ihm bei JOSUS in Form von seinem Synthese-Skript mitgeben. Und hier wäre so eins, zunächst einmal lese ich mein Design ein, da gibt es dann so Befehle wie ReadVereLog zum Beispiel, mit der ich eben alle VereLog Source-Files einlesen kann, die zu meinem Projekt gehören. Das heißt, hier auch gleich ein anderer Unterschied zu dem, was man aus der Softwareentwicklung mit Compilern kennt, dass ich hier quasi keinen Schritt habe, der irgendwie einen Source-File in den Objekt-File macht und dann einen Link-Step, sondern es gibt nur einen Übersetzungsschritt und der wird für das gesamte Projekt durchgeführt. Das heißt, auch die Testzyklen sind hier vielleicht ein bisschen länger, wenn ich ein größeres Projekt habe, weil er jedes Mal das gesamte Projekt wieder neu übersetzen möchte. Wenn ich damit fertig bin, dass ich alle Source-File eingelesen habe, die zu meinem Projekt gehören, dann muss ich IOSIS sagen, dass er jetzt die Design-Hierarchie untersuchen soll von meinem Design. Und das tue ich mit dem Kommando-Hierarchie. In dem Fall sage ich noch Minus-Check. Minus-Check sollte man eigentlich immer verwenden, also eigentlich vielleicht ist das ein Fehler, dass es die Option gibt, vielleicht soll es eine Option No-Check geben für einen anderen Fall. Und Check schaut einfach nach, gibt es Module, die referenziert werden aus anderen Modulen, aber die nicht Teil des Designs sind. Und wenn Ja sagt, Check ein Fehler, das ist irgendwie keine Design-Hierarchie, die vollständig ist. Es gibt aber oft Fälle, wo ich ganz bewusst quasi das erlauben möchte und dann mache ich eben Nicht-Check. Und dann kann ich mit Minus-Top noch sagen, wie mein Top-Level-Modul heißt in meinem Design. Und wenn ich nicht ein Top-Level-Modul angebe, dann wird quasi jedes Modul als potenzielles Top-Level-Modul behandelt. Das heißt, ich könnte ein Design haben, in dem ich irgendwie ein Modul habe, das heißt A, das inkludiert alles andere und ein Modul B, das inkludiert auch alles andere, aber A und B inkludieren sich nicht gegenseitig. Und dann wäre sowohl A als auch B ein mögliches Top-Level-Modul. Und wenn ich sage, Minus-Top A, dann würde ich darauf kommen, an B kommt natürlich nicht vor, schmeiß ich weg. Wenn ich sage, Minus-Top B, dann sagt er, das A kommt nicht vor, schmeiß ich weg. Aber wenn ich kein Top sage, dann sage ich, ich weiß es nicht, das könnte alles sein. Und es gibt eben viele Anwendungen, die vielleicht nicht unbedingt Synthese sind, wo das auch sinnvoll sein kann, dass ich irgendwie viele Module mal hineinlade, die jetzt aber nicht unbedingt eine geschlossene Design-Hierarchie bilden. Und da sind wir eben schon, das sind so Sachen, das kann man mit den meisten anderen Tools nicht machen, weil die haben eine klare Vorgabe, ich bin ein Synthese-Tool und da brauche ich eine Design-Hierarchie. Und weil ich halt mit Joses mehr machen kann, als nur einfache Synthese, nur, muss ich halt solche Sachen auch explizit machen. Okay, da gibt es eine ganze Reihe von Kommandos, die ich in der einen oder anderen Form immer verwende, wenn ich so einen Synthese-Skript habe, außer ich möchte halt irgendwie ganz, ganz besonderen Dinge tun. PROC löst sogenannte Prozesse auf, also das ist etwas, was ich in der Programmierung von solchen Sachen machen kann, dass ich Dinge schreibe, als wären das quasi unabhängig voneinander laufende Threads. Und das wird zunächst einmal in diese Zwischendarstellung RTLEL hineingenommen, mit einem besonderen Objekt, was dort passiert und der PROC-Befehl wandelt das dann quasi in die anderen, in die einfacheren Komponente um. Also das ist bereits eins der Dinge, die nur dafür da sind, eine Abstraktionsebene runterzugeben. Man könnte sagen, quasi PROC ist der Schritt, der uns vom Behavioral Level auf RTL Level bringt. Und das ist nicht Teil des Frontlines aus dem einfachen Grund, dass es hier wieder Sachen gibt, die ich möglicherweise davor machen kann oder in diesem Ding anders machen möchte. Wir werden sowas sehen. So, OPT ist eine ganze Reihe von Optimierungen und viele sind diese Skripts, die wir voll mit solchen OPT aufrufen. Jeder zweite Befehl ist OPT. Und wenn, wenn ich halt, wenn ich halt ein wirklich großes Design habe und dann kann man vielleicht überlegen, macht das wirklich Sinn, jetzt schon wieder zu optimieren und dann kann man ein bisschen aber für einfaches Dinge bietet sich das wirklich an so als Muster. Irgendein Befehl, OPT ein Befehl, OPT ein Befehl, OPT ein Befehl, OPT ein Befehl, und OPT zwei Mal ist idempotent oder? Ja, weil nämlich OPT intern eine Schleife hat, die so lange läuft, bis er keine Änderung mehr gemacht hat. So, dann gibt es den FSM-Befehl zum Beispiel. Werden nachher sehen, diese Befehle, die ich hier zeige, das sind immer noch, das sind eigentlich Makros. PROC sind sieben Befehle, die hintereinander laufen und OPT sind eine ganze Reihe von Befehlen, die laufen und dann führt das nochmal aus und nochmal in der Schleife, bis er nicht keine Änderung mehr gemacht hat. FSM ist so eine Cluster, so eine Gruppe von Befehlen, um endliche Zustandsautomaten zu optimieren und zu erkennen in dem Design. Also es kommt irgendwie öfter vor, dass Designs ähnliche Zustandsautomaten beinhalten, habe ich gehört in der Digitalelektronik. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann mit denen, damit sie optimaler werden. Und das soll dieser Befehl tun. Und dann mache ich OPT und dann mache ich Memory. Memory ist eben der Teil, der jetzt schaut, welche Speicher gibt es in dem Design, wie viele Ports haben die. Da werden dann zum Teil Sachen gemacht. Da verändert auch einen Satz-Solver, um herauszufinden, ob zum Beispiel Ports nie gleichzeitig verwendet werden und dann mergt er sie in einen Port zusammen, weil irgendwie ein Memory mit zwei Ports ist praktisch doppelt so teuer. Ja, und dann mache ich wieder OPT. Und dann mache ich TechMap. Und TechMap nimmt jetzt diese RTL-Zellen, in der Josus-Nomenklatur heißen die Core-Screen-Zellen und übersetzt die in Fine-Grain-Zellen. Das sind dann quasi Gatter. Und die Core-Screen-Zellen sind eben sowas wie ein Adder oder auch ein 8-Bit-breites Oder-Gatter. Und beides gibt es nicht als echte Lo-E-Gatter. Als echte Lo-E-Gatter gibt es irgendwie nichts, was Vektoren verodert, sondern nur einzelne Bits verodert. Und es gibt nichts, was addiert, sondern ich kann halt irgendwie viele Gatter so klein zusammenschalten, dass sie ihn somit dann addieren. Ja, und TechMap weiß quasi, wie es ein Adder übersetzen kann in einzelne Gatter. Und nach TechMap habe ich im Grunde was ich gesagt habe, so eine Logic-Gate-Netzliste. Kann es da theoretisch mehrere Möglichkeiten für das Mapping geben bei dem? Oder muss es? Ja, also das ist nie... Genau, das ist nie eindeutig. Und wir werden sehen, dass diese ganzen Befehle auch einen ganzen Haufen von Argumenten haben. Und insbesondere dem TechMap, da möchte ich euch eine ganze Reihe von Dingen zeigen, die man damit machen kann. Das ist eigentlich einer der mächtigsten Befehle. Wenn man sich den Source-Code von TechMap selber anschaut, dann schaut er gar nicht so mächtig aus, aber der beinhaltet als Feature-Set quasi das komplette Vari-Log-Frontend nochmal. Und wir werden dann sehen, man kann tolle Sachen damit machen. Da mache ich oft. Und dann, also jetzt habe ich quasi so eine Logic-Gate-Netzliste. Und die möchte ich jetzt dann schrittweise in das übersetzen, was ich auf meiner Ziel-Architektur zur Verfügung habe. Und dazu mache ich hier zwei Schritte. Man kann das auf verschiedene Arten lösen, das ist das Problem. Aber in dem Fall hier, das ist ein einfaches Beispiel, übersetze ich zuerst alle Flip-Flops da drinnen. In die Flip-Flops, die es tatsächlich gibt meiner Ziel-Architektur. Und das mache ich mit dem Befehl dff-Lipmap. An dem... Hm? Also wie Flip-Map. Ah ja, nein, das Lip kommt von Liberty. Und Liberty hat nichts mit Freiheit zu tun, sondern das ist ein Format von Synopsis. Das ist ein Library-Format für Zellen, die man eben in einer ASIC-Technologie haben kann. Und dff-Lipmap, dem gebe ich eben das Liberty-File mit, das ich verwenden möchte, und extrahiert dann aus diesem Liberty-File alle Flip-Flops, die es gibt, und versucht, die Flip-Flops in meinem Design durch die Flip-Flops aus der Zell-Library zu ersetzen. Dazu ist es in manchen Fällen notwendig, in Werten das Design einzubauen. Und das macht dieser Befehl auch. Und das ist der Grund, warum ich hier zuerst die Flip-Flops mappe und erst dann ABC-Aufrufe für den Rest, weil das hier kann noch zusätzliche Werte einführen. Wenn ich in meiner Zell-Library, gleich der ganz, ganz böse Fall, wenn ich in meiner Zell-Library nur einen Flip-Flops habe, der auf die positive Taktflanke reagiert, und ich habe im Design gesagt, hier soll auf die negative Taktflanke reagiert werden, und die FF-Lipmap hat keine andere Zeile, damit ich das machen kann, als Last-Passort führt einen Inverter in meinen Klopppfaden. Ja, und das, aber ich könnte zum Beispiel auch einen Reset-Pin haben, der die andere Polarität hat, die ich bräuchte, und wird dort in den Inverter eingeführt, und da habe ich vielleicht dann viel Logik daran hängen, und darum möchte ich quasi die restliche Logik erst nachher mappen, wo dann dieses Inverter dann noch mit reingerechnet werden kann. Dann verwende ich eben ABC, und ABC macht hier sowohl die Hardcore-Feine-Logik-Optimierung und eben dann das Mappen auf die Zielarchitektur, und auch hier gibt es... ABC ist in deinem Pfad eingebunden und greift auf dieselbe Zwischennachstellung zu? Nein, ABC ist ein externes Programm, und ich schreibe ein temporäres File. Dadurch, dass dein ABC-Kommando dein internes weiß, was es tun muss? Genau. Wenn du Josus runterlädst und übersetzt und ABC nicht wegkonfigurierst, was man kann, dann wird das Josus-Bildsystem eine gewisse Version von ABC auschecken und aufbauen unter dem Namen Josus-ABC. Also ABC ist quasi ein losgelöstes Projekt, aber hat eine so wichtige Rolle in Josus, dass ich nicht mehr sage, ich verwende das ABC, was installiert ist im System oder so, sondern es gibt eine ganz spezielle ABC-Version, auf die ich mich beziehe, und die kommt mit Josus mit. Ja, wenn ich schon darüber rede, kann ich weitergehen. Gut, und dann mache ich nicht Opt, ich mache Clean. Clean ist der letzte Schritt von Opt, damit es schneller geht. Gibt es quasi Clean auch. Es ist ja eine Frage, ob man die Opt dazwischen weglassen, würde es für danach dann die gleiche Opt untergeben? Nein. Ist das ein unterschiedliches Opt oder macht das Opt das gleiche? Das Opt macht immer was anderes, aber es kann sein, dass wenn ich hier nicht Opt aufrufe, dass irgendwelche Konstanten nicht gefoldert hat und daraufhin macht er hier was ganz anderes bei der FSM, weil er nicht sieht, dass dieser eine Pin sich gar nicht verändert und so weiter und so fort. Und darum eben, es ist besser nach jedem Schritt Opt aufrufen und sich nicht darum kümmern, außer man hat eben so große Designs, dass das einen Unterschied macht, dann kann man sich überlegen, wo man welche Art von Opt verwendet. Es gibt auch Opt-Fast zum Beispiel, der macht dann quasi gewisse Dinge nicht, aber immer noch die Sachen, die man sehr, sehr oft machen möchte, wie zum Beispiel Kunst-Falling. Und welcher Projekt größer redet man noch? Ich meine, wenn es langsam wird. Was ist langsam? Also, Was ist schnell? Schnell ist quasi ein heller Wort. Also wenn du ein leeres Verilog-File übersetzen möchtest, machen will man das, oder ein fast leeres, dann ist Josus genial schnell. Also da ist Josus fertig, da haben die meisten anderen Tools noch nicht ihre License gecheckt. Ja, mit Vivado ist es genauso. Aber wenn ich quasi ein Projekt habe, das in einem kommerziellen Tool irgendwie 5 oder 10 Minuten rennt, dann kann es sein, dass das in Josus 20 Minuten rennt. Die längsten Laufzeiten, die ich bis Josus hatte, aber das hat eigentlich nichts mit Opt-Tour zu tun, sind für formale Beweise. Also wenn man formale Beweise führt und so Sachen macht wie, ja, man kann mit Josus ganz großartige Sachen machen. Ich glaube, das Witzigste, was ich bis jetzt gemacht habe, war, ich habe für den Navre, das ist ein AVR-Klon, habe ich den Sat-Solver in Josus verwendet, um eine kurze Sequenz zu finden von Befehlen, die alle Register initialisiert. Ja, sowas kann man machen. Hast du obere Grenzen, also Projektgrößen? Also so als grobe Faustregel, aber wirklich nur als grobe Faustregel, würde ich sagen, der Speicherverbrauch ist in der Größenordnung von einem Gigabyte pro Million Gatter. Also wenn man sich dann nachher das Projekt anschaut. Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz, ganz großes Projekt mache mit, weiß ich nicht, 100 Millionen Gatter, dann habe ich schon Probleme. Ich meine auch mit der internen Variablen-Benanzung und so, dass es da irgendwie überlaufe geben kann, oder so. Mit der internen Variablen-Benanzung, also es gibt eine Einschränkung, du kannst nicht mehr als vier Milliarden Identifier haben. Nein, zwei Milliarden Identifier haben. Ja, genau. Ich hätte auch Cyst-P verwenden können, nur ich habe realisiert, ich kann es nicht testen. Und das heißt, es ist sowieso irgendwo ein Bug dran. Also mache ich gleich ein Int und mache eine harte Grenze und es sagt, tut mir leid, es sind mehr Objekte, als ich verwalten kann. Aber, also man kann natürlich Fälle konstruieren, wo das dann, wo diese Aussage jetzt nicht zutrifft, aber in aller Regel, wenn ich Projekte habe mit dieser Größe, will ich nicht mal den ganzen Chip in einem Syntheselauf durchführen, sondern dann sage ich zwar nachher, mein Chip hat eine Milliarde Gatter, aber in Wirklichkeit ist es ein Grafikprozessor und der hat irgendwie 2500 Mal die gleiche GPU drin instanziert und so weiter und so fort. also es ist sicherlich nicht das effizienteste Tool, aber von dem, was ich bis jetzt bekommen habe an Beispielprojekten, bin ich meistens ganz gut damit ausgekommen. Mein Fokus ist aber mehr auf der einfachen Erweiterbarkeit als auf der Performance und da gibt es so ein paar Sachen, die sich quasi durchziehen, zum Beispiel optimiere ich nichts, was O von N hat. Also quasi es gibt so viele Fälle da drinnen, wo ich quasi einfach über alle Objekte in dem Design durchiteriere und ich mache mir erst Gedanken und performe bei den Dingen, die quasi schlechter skalieren als O von N oder O von N mal Log N oder sowas in der Richtung. Also du optimierst nichts, was O von N ist. Ja. Was man durchaus tun könnte, dass man einfach sagt, was wäre die effizientere Datenstruktur, um quasi über alle diese Objekte zu iterieren und so und dann hat man halt ein Tool, das doppelt oder dreimal so schnell ist wie Ossus. Aber das ist jetzt nicht mein Ziel. Bei den Gewinn sind die Prozessoren eh so vor der Entwicklung, dass das durchscht ist. Genau, genau. Also auch bei den Compiler, ich bin... Wenn man auf Log N kommt, das kann schon als Lichtperformance und die Stimme machen. Nein, also ich glaube, er überlegt sich schon, wenn er einen Algorithmus findet, der von O von N auf O von Log N kommt, oder? Ja, aber O von N ist, also das hängt davon ab, was jetzt... Er optimiert nichts, was O von N ist und nachher O von N, nur das N ist... Also das O ist kleiner, ja? Genau. Der Charakter ist... Und das wäre sowas typisch, dass man sagt, ich könnte diese Datenstruktur ein bisschen anders aufbauen, dann brauche ich einen Pointer weniger dereferenzieren jedes Mal, wenn ich ihn anschaue und so. Kann man machen, mein Ziel ist ein anderes. Mein Ziel ist es, ein Tool zu machen, das für die allermeisten Sachen gut funktioniert und wo man sich einfach hineinhecken kann mit eigenen Sachen. Gut, und dann sage ich in dem Fall Write Verilog und ich schreibe eben wieder ein Verilog-File raus, aber diesmal ist eine Verilog-Netzliste. Also man könnte sagen, ich habe nichts gewonnen, weil ich habe Verilog zu Verilog gemacht, aber werden sehen. Beim Klang hat man ein bisschen mehr Kontrolle darüber, welche Passes laufen und so. Das ist übrigens sehr witzig, also das ist ja auch meine Bachelor-Arbeit gewesen, dieses Projekt, aber eine Bachelor-Arbeit in Elektrotechnik und nicht in Informatik und daraufhin habe ich natürlich rumstreiten müssen mit Sachen wie, wenn ich mit dem Begriff Compiler Pass nicht ausgedacht habe, muss ich eine Quelle dafür angeben, weil das ist kein üblicher Begriff, das kann ich nicht voraussetzen, dass das Leute kennen. Das hat man, wenn man quasi de facto eine Informatik-Bachelor-Arbeit in einer Schlacht macht. Bei Informatikern gibt es auf der Tube keine E-Sign-Designer oder keine, die diesen Namen fragen sollten. Gut, also wir haben jetzt das Script durchexerziert. Schauen wir dann, was das Script macht. Das ist mein Beispiel. Das wäre eben jetzt ein Hardware-Design, so schaut das aus für ein Verilog-Hardware-Design. Ich habe hier ein Modul, Counter, so Module, können eben auch andere Module wieder verwenden als Funktionseinheiten und so. Dieses Modul macht das nicht, das verwendet nur irgendwelche direkten Primitives. Ich sage hier, was die Ports sind von dem Modul, also die Anschlüsse von diesem Bauteil, das ich hier designen. Und der hat einen Clock und Reset und ein Enable und ein Count Port. Und wir sehen, Clock, Reset und Enable sind Inputs und Count ist ein Output und zwar ist es ein 2-Bit-Output. Ich habe ein 1 und ein 0-Bit. Ich könnte auch 7 Doppelpunkt 0, dann wäre es ein 8-Bit-Port. Außerdem ist es ein Register und Register ist ein furchtbares Keyword in Verilog, weil nämlich das suggeriert, das ist ein Flipflop. In der Hardware-Entwicklung sagt man zu Flipflops oft Registen. In dem Fall stimmt das sogar, aber es ist nicht immer der Fall, dass das ein Flipflop wird, wenn dort Reg steht und Reg meint eigentlich, das ist eine Variable in meiner Simulation. Im Gegensatz zu einem normalen Wire, der eigentlich nur ein Alias ist quasi für einen anderen Wire, den es schon gibt. Und das führt zu sehr, sehr vielen Verwirrungen, dieses Reg-Ding. Da muss man sich einfach gewöhnen, dass das Reg heißt, aber nicht immer ein Flipflop ist und dann steht in den meisten Büchern was Falsches, weil dort steht dann wieder, dass es ein Flipflop ist. Okay, aber hier, ja? In Assembler ist ja Register auch wieder wie in einer Variable. Ja, aber eben in der Hardware, aber in Assembler meine ich halt mit einem Register schon auch quasi eine sehr eine knappe Ressource, nämlich die Register, die der Prozessor wirklich hat. Und hier ist eigentlich wirklich gemeint, das ist eine Variable. Wenn es quasi in der Simulation eine eigene Speicherstelle gibt, die diesem Namen zugörtert, dann ist das, das ist es, was ich heiße. Das ist kein Output im hardware-technischen Sinne. In dem Fall ist es auch ein Output, also ein Output-Rack halt, also der Wert von dem Register ist gleichzeitig der Wert von diesem Output-Wire. Ich könnte, ich könnte dieses, das hier, könnte ich auch fünfmal deklarieren. Ich könnte sozusagen Output 1 bis 0 Count und Rec 1 bis 0 Count hätte ich quasi Excel und ich könnte auch noch sagen Wire 1 bis 0 Count und ich könnte alle parallel machen, warum auch immer. Aber damit kann ich quasi die, könnte ich zum Ausdruck bringen, dass quasi das alles ist. Es ist immer ein Wire, es ist in dem Fall ein Output und auch ein Rec. Also dieses Wire hat sozusagen zwei spezielle Eigenschaften. Gut, hier habe ich dann einen Always-Blog, das ist eben so ein Prozess-Inv, L heißen sie Prozesse und ich finde der Name Prozesse ist irgendwie sehr hübsch. Also habe ich bei mir Internet-Ugast dann auch den Namen Prozess verwendet. Man muss nicht alles in VHDL grauslich finden. Und dieser Prozess hier, der läuft quasi immer dann, wenn die positive Taktflanke kommt. Also das ist schon ein sehr, das ist eine sehr Software-mäßige Sicht zu sagen, dieser Code-Blog läuft jedes Mal, wenn das und das passiert und so ist das alles definiert, weil das eigentlich eine Sprache ist, um Hardware simulieren zu können. Aber man kann sich überlegen, dass das eigentlich auch ganz gut auf Hardware direkt zutrifft. Nämlich einfach für alles, was beschrieben wird in diesem Block, mache ich ein Hardware-Register, ein Flip-Flop. Beschrieben wird hier nur Count, also mache ich aus Countball ein Flip-Flop. Und jetzt aktualisiert dieses Flip-Flop immer den Wert bei der positiven Taktflanke, weil das der Eingang ist und alles, was hier sonst quasi in dem Körper von diesen Prozesses definiert nur, was die Eingänge zu diesem Flip-Flop sind. Also da hätte ich jetzt hier eine If-Abfrage, das heißt, ich hätte ein Multiplexer, direkt was er sagt, wenn das wahr ist, dann soll dieser Wert am Eingang vom Flip-Flop sein, oder 0. Aber wenn das nicht wahr ist, dann habe ich einen anderen Eingang auf diesem Multiplexer, da kommt dann der Enable-Eingang rein und wird überprüft. Und wenn das ist, dann nehme ich den Altenwert von Count plus 2 und wenn das auch nicht ist, ich habe quasi da noch einen Eingang, der unbelegt ist von diesem Multiplexer, wenn dort nichts steht, nämlich den alten Wert von Count, dann ändert sich es nicht. Und damit hätte ich genau dieses Verhalten nachgestellt. Ich gehe dann gleich wieder zurück. Ich wollte mir dieses Bild schnell zeigen. Da sehen wir das quasi. Das ist das Flip-Flop. Der Takt vom Flip-Flop kommt vom Clock-Input. Der Dateneingang vom Flip-Flop kommt von einem Multiplexer, da ist der Reset-Eingang dran. Das heißt, wenn Reset High ist, dann wird der Eingang von diesem Flip-Flop mit dem Zahlenwert 0 gefüttert und bei der nächsten Taktflanke wird Count den Wert 0 haben, weil dann dieses Flip-Flop den Wert 0 treibt. Wenn aber Reset nicht High ist, sondern Low, dann kommen wir von dem Pfad hier und dann wird dieser Multiplexer verwendet, um zu entscheiden, welchen Wert Count bekommen soll bei dem nächsten Takt und da gibt es wieder einen Select Input Enable und der sagt halt, ob der alte Wert von Count verwendet werden soll, wenn Select 0 ist oder der alte Wert plus 1 plus 1 das 1 ist. Diese Notation mit 2 und diesem Hochkomma was Ja, danke. Das hier ist eine Konstante in Verilog und Konstanten schreibt man komisch in Verilog. Das ist eine 2-Bit Konstante die den Dezimalen Wert 0 hat und ich könnte statt D auch B schreiben für binär oder H für Hex diese Buchstaben gehen klein oder groß habe ich kürzlich gelernt weil jemand ein Backreport geschrieben hat und sagt die Großbuchstaben gehen nicht Man glaubt nicht wie viel man lernt von einer Sprache wo man glaubt ich macht es besonders gut wenn man ein großes O verwendet ja 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 und große Kleinschreibung bei Namen einen Unterschied nein große Kleinschreibung macht bei Namen einen Unterschied bei Verilog das ist anders als VATL bei VATL ist Cass insensitiv ich habe keine Ahnung ob Sie definiert haben was mit Unicode Characters passiert in VATL Was passiert bei Unicode was Sie als großen Kleinen Buchstaben voneinander zählen ja ich war nur ein Scherz ich nehme an dass das wird von der Loppen abhängen will ich davon will ich so sauber gemacht wieso also ich glaube danke du hast jetzt genau auf den Punkt gebracht warum ich der Meinung finde dass das keine gute Idee ist Case Intentive Identify anzusein also ASCII oder also ASCII also VATL und Verilog erlauben beider nur sieben mit ASCII identif aber das wollte ich gerade sagen wir werden seriöserweise so in der C Welt mit ASCII de facto erlauben also obwohl design bei comedy es muss nicht alles so schrecklich sein mit Java gut jetzt haben wir den Verilog Code gesehen schauen wir uns noch kurz an auf die ich das dann abbilden möchte und da sage ich hier Hauptblock Library Demo Demo ist nur der Name von der Library da könnte ich irgendwas schreiben keine Ahnung ob irgendein Tool verwendet was da drin steht und dann definiere ich halt da rein nach meinen Zellen und ich definiere einen Puffer ich definiere ein Not Gutter ein Nand Gutter ein Nor und ein Flip Flock und wir sehen bei den einfachen Logik Gattern ich die Kost für ABC damit ABC weiß wie teuer welches dieser Gutter ist und bei den Ausgängern gebe ich eben eine Function an und beim Buffer ist die Function A das heißt der Input A wird einfach an diesem Ausgangs Pin Y ausgegeben beim Not Gutter ist A invertiert also in dem Fall heißt einfach invertiert das kann ja nicht überall das gleiche heißen Nand ist eben A und B negiert beim Flipflop sieht man dann dass da ein bisschen schwieriger wird was man alles machen kann in diesem Liberty File das fand ich ganz hervorragend weil das ist der Teil den ich implementieren müssten für das DFI Flipmap weil für den ganzen Rest habe ich ABC aber das schwierigste habe ich machen müssen da kann ich hier so ein eigenes Flipflop Statement verwenden indem ich zwei zusätzliche Namen definiere wir sehen und dann gibt es quasi per Function kann ich als Ausdruck verwenden und hier habe ich bei meinem Q Ausbrang von Flipflop sage ich die Function ist IQ und IQ ist definiert hier in den Flipflop und das ist ein Flipflop das clocked ist auf den Eingang C und Next State ist D das heißt wenn der Clock Event kommt dann geht er hier auf Next Date und das könnte nicht auch C invertiert sein oder was auch gut also so schaut das aus und die echten lieber die Files doch das sind die genau damit sage ich was ist der Clock Pin und was ist der Dateneingang Next Date heißt hier von diesem Flipflop Element das Teil von dieser Zelle innen drin ist Ah der kommt nicht vor es gibt keinen Muxer das heißt wir müssen uns dann überlegen wie wir die Muxer auf diese Dinge abbilden dass das ein Clock Input ist dass ich hier verwenden kann es ist nicht mein Format das ist ein furchtbares Format also was du hier sie ist das schöne Teil davon also das allermeiste von dem Format ist beschäftigt sich nicht mit den Dingen die ich hier Auswerte sondern mit Sachen wie Drive Strength von irgendwelchen Pins was die Kapazität an Eingangspins ist was die Propagation Timing sind und so weiter und so fort das habe ich hier alles raus genommen das interessiert uns jetzt nicht das 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 josis macht damit überhaupt nichts aber abc kann es verwenden das heißt man muss ein bisschen herumbasteln wenn man sehr schnelle designs hat bei denen das Flipflop verhalten selber schon wesentlich ist weil ich beim abc das abc kann die flipflops nicht das kann nur die logik dinge dem sage ich generell was die drive strength von jedem input von meinem netzwerk also von jedem flipflop ausgang und was die kapazitive load ist an jedem ausgang vom netzwerk also jedem flipflop eingang und wenn ich aber jetzt unterschiedliche flipflop typen verwende dann habe ich probleme dann kann ich das nicht vollständig abbilden solange ich sehr lange logik pfade habe sodass die eigenschaften von ein eingehender und ausgang der pfade nicht dominierend sind im von abc das heißt jetzt möchte ich das zusammensetzen das beispiel script das ich hergezeigt habe und das verilog file und die libido und einfach schauen was passiert mit dem design wenn ich jetzt dieses synthese script rein durch gehen und hier sehen wird das bild das show commando ausgibt wenn ich dem ich nur das counter verilog file lese und dann dieses hierarchiekommando ausführt in dem fall macht das hierarchiekommando überhaupt nichts ich habe es nur dazu geschrieben weil man generell die design hierarchie analysieren sollte bevor man anfängt zu synthetisieren aber es gibt immer wieder so fälle wo man es gar nicht bräuchte und wir sehen dass es hier sehr einfach ich habe eine Eiderzelle und ich und die Eiderzelle ist das hier das ist der einzige operator den ich hier habe und alles andere ist multiplexer als teil von if else konstruktionen und das flipflop was formuliert wird das ist quasi alles noch versteckt in diesem knoten hier in meinem Netzwerk so dann mache ich rock weil ich habe keine state machines da drinnen ich habe keine memories da drinnen das heißt fsm macht nichts und dann ist eben das opt auch ein no opt und das macht nichts und das opt ist wieder ein no opt genau das opt ist ein no opt und dann bin ich eben bei dem Bild wo man vor erscheint war wo man zumindest bei diesem kleinen design irgendwie sehen kann wie das zusammenhängt mit dem ursprünglichen Verilog Input das ist übrigens etwas was ich jetzt auch immer wieder leuten empfehle die sagen wie funktioniert das eigentlich bei Verilog wie hat dieser Code mit der Schaltung zu tun dass man einfach mit Josus sich diese Bildchen anzeigen lässt für triviale Beispiele und das ist super weil Josus ist urschnell dabei kleine Dinge zu übersetzen das kann man natürlich runterladen kann aber die Zyklinge sind halt doch deutlich länger eben weil ich seine Lizenz checken muss als das beim Josus Genau Josus schreibt den Dot File und hat bei Josus 0.3 noch ein eigenes Kommando namens Josus dash svg view gestartet um die Bilder anzuzeigen und jetzt verwendet xdot und xdot ist cool weil ich bei xdot nämlich über einen Knoten fahren kann mit der Maus und dann wird die rot und ich kann auf dieses Ende hier klicken und dann geht er zu dem Ende her und das ist genial wenn ich einen riesigen Schaltband habe mit tausend dieser Zellen und ich zoome dahin und ich sage aber wo geht es weiter und ich kann drauf klicken und dann zoom darüber das hat mich dann quasi überzeugt meinen eigenen SVG Viewer wegzuwerfen und einfach xdot zu verwenden ein Problem mit Graphis ist halt dass Graphis also insbesondere dot dazu tendiert so tangential berührende Splines zu machen und in dem Fall ist es wurscht weil das die gleiche Quelle ist aber es gibt viele andere wo man dann ok da gehen zwei rein da gehen zwei raus und ich weiß nicht überschneiden die sich oder biegen sie so ab es gibt und da xdot ganz einfach ansonsten kann ich auch sagen minus collas eins beim show kommando von jose dann macht er zufällige Farben und ich kann natürlich auch sagen minus collas zwei oder minus collas 23 weil das ist ein RNG sieht mit thema dann und oft ist es so ich kann ich weiß nicht was es ist und sagt minus collas eins super jetzt sind sie beide gelb minus collas zwei also gleich 23 es ist nicht es ist nicht größer besser also es ist es ist nur ein seed wenn du Pech hast genau gut aber was wir hier haben ist wir machen Tech Map und dann noch einmal ein Opt in dem Fall macht das Opt was und jetzt sehen wir diese Netzliste von logischen Gattern und man sieht die internen Gattertypen also das hier ist immer der Typ von dem Gatter die internen Gattertypen in dieser Core Scrain Darstellung und Bioses heißt Dollar DFF Dollar Mux im Kleinbuchstaben und wenn ich auf die Logic Gates komme dann haben die einen anderen Namen Schäber dann heißt Dollar Underscore und dann Block Buchstaben und da habe ich eben jetzt dieser Mux hier der kann eine 2-Bit-Zahl schalten darum sind diese Pfeile hier dick weil das Vektoren sind und nicht nur 1-Bit-Signale aber diese Dollar Mux Zelle das ist mein 1-Bit-Multiplexer und wenn ich da 2-Bits multiplexen muss dann brauche ich da einen multiplexer und da einen zweiten multiplexer die die gleiche Reset Leitung haben in dem Fall das gleiche Select Leitung gut und dann ist der letzte Schritt eben dass ich dieses BFF Flip Map und ABC und so mache damit ich sage übersetzt das doch in das was in Liberty File steht und jetzt haben wir eine Netzliste die dem entspricht den Gattertypen die wir im Liberty File definiert haben wir sehen jetzt keine multiplexer mehr weil die gab es ja nicht im Liberty File sondern wir sehen hier NOR und NAND und NOT und DFF und das hat das ABC selbstständig gemacht genau also diese zu also die DFF habe ich gemacht mit dem DFF Flip Map und alle anderen haben das ABC gemacht also er erkennt auch quasi wenn es ganze Logikteile gibt die nicht verwendet werden ich kann ein bisschen was drüber ABC kann dann quasi anhand der Beschreibung von deinen Dingern die quasi in die Optimierung rein und genauso wieder ausspucken also ABC intern wandelt alles in einen End-Inverter-Graphen um was ich würde sagen so seit 15 Jahren ungefähr die Standard Herangehensweise ist zur Low-Level-Synthese und versucht dann den End-Inverter-Graphen wieder auf die Gatter-Typen zu matchen das heißt ich gebe dem ABC eigentlich zwei Arten von Gattern mit in gewisser Weise ich sage was sind die Eingangs-Gatter naja das stimmt nicht gar weil ich die Eingangs-Gatter schon vor übersetze etwas was das ABC verstehe aber das ABC liest jedenfalls das Liberty File und schaut wie es den End-Inverter-Graphen darauf umpasteln kann und macht vorher noch einige Optimierungen im End-Inverter-Graphen man kann noch zum Beispiel nur ABC aufrufen also nur Optimierung und macht kein Abbilden auf irgendwelche anderen Libraries weil ich habe mir keine Library mitgegeben so großartig jetzt sind wir da durch und jetzt sage ich euch das hätten wir uns gar nicht so genau anschauen müssen weil es gibt mich ein Kommando das heißt einfach nur Sünd und das synthetisiert und das macht fast alles von dem was wir jetzt gemacht haben plus eine ganze menge mehr hier da gibt es Veriduce Alumac Share haben wir nie gehört also er macht aber noch eine ganze menge andere ganz ganz aufregende Dinge wenn ich einfach mit synth übersetze aber die Grundidee ist die gleiche in dem Fall könnte sein im allgemeinen Fall nicht in dem Fall in dem Fall ist das ein nomap das ist wahrscheinlich kommt das gleiche raus es könnte sein dass hier wir sehen am Schluss macht ihr hier beim synth Kommando einfach nur abc-fast und noch ein opt-fast also hier sehen wir ein paar von opt-fast das heißt der mappt auf kein liberty file oder sowas der macht nur alles andere und dann müssten wir hinten drauf diese beiden Kommandos hängen da müssten noch dff flip and abc liberty machen das wäre der üblichere weg wenn man jetzt wirklich was selber schreiben möchte in dieses skript entweder auf dieses synth kommando zurückgreift oder oder zumindest sich an dem synth kommando orientiert damit man weiß was gibt es da für nette dinge weil sonst vergisst man das und dann werden die multiplizierer viel weniger optimal da werde ich jetzt noch schnell drüber gehen also ich habe hier ein bisschen Kommandos zusammengefasst die menge wichtig waren war schwierig drei Folien zu machen weil das ist irgendwie ich habe kann der bruchteil der kommandos es gibt und jedes dieser kommando hat mich viel energie gekostet und das war mir sehr wichtig jedes dieser Kommandos zu schreiben warum hast du ein tickling skripte ausführen hat das historische gründe oder findest du das irgendwie also ich finde tickle jetzt nicht besonders ungut es ist aber jetzt auch nicht unbedingt die sprache meiner wahl um irgendwie große projekte zu schreiben aber tickle ist sehr etabliert in in Eder Tools das heißt die allermeisten Leute erwarten sich das und hier gibt es eigentlich nur wenn ich tickle an skripte mache dann gibt es in diesem Tickle Interpret auch noch einen Kommando namens Josus mit dem alle Josus Befehle ausführen kann und geplant ist irgendwann ein bisschen mehr noch zu machen also im Augenblick kann man im Tickle nicht sinnvoll in das Design hineinschauen und Sachen machen und da ist der Plan da mal eine generische Schnittstelle zu machen und dann das sowohl Tickle als auch Python anzubieten also ich habe auch nachher vor diese Idee da ein bisschen das vielleicht an Python anzubinden weil mir das sympathischer wäre als Tickle aber es ist jetzt nicht nur so dass irgendwelche lauter uralten EtherTools Tickle verwenden sondern auch Sachen die jetzt ganz neu raus sind haben sehr mächtige Tickle Frontends wenn man sich gewöhnt hat es ist eine ganz brauchbare Sprache es ist brauchbarer als Perl 4 wenn man das vorher erwähnt hat es ist brauchbarer als wenn jetzt wenn du einen Mittagsfehler im S2 hast kommst du zum ersten Mal drauf wenn du seit Monaten da drin schlummert und der wurde nie ausgeschnitten was natürlich ein Case für gescheite Tests genau deine Code Coverage ist einfach nicht gut gemacht wenn ich Tests kriege und irgendwas klump hat aber ja weißt du dann von dem else zweig nämlich auch bloß dass er syntaktisch gut ist ja genau und dann sind bei dem Punkt warum schreibe ich solche sachen in c plus plus da sagt der compiler mit dem typ passt nicht der compiler sagt es nicht so knapp er verwendet eine fünfseitige fehlermeldung dafür aber man will grundsätzlich keine skripte erben egal in welcher sprache ich will ich will ich will was geht halt auf die ist gut also dann haben wir da wie das meiste davon gesehen high level sind diese ein bisschen technologie mapping da kann man das design auch flattenen zum beispiel alle möglichen backends mit dem man sachen machen kann und da sieht man schon also btor zum beispiel ist ein dateiformat das nur für symbolisch beweise und so verwendet wird also wenn man ein ganz ganz großes tolles btor tool hat dann kann man entweder alles in btor schreiben und man ist eigentlich dort wo man vorher war oder man kann zum beispiel los verwenden um verilog nach btor zu konvertieren nein read btor habe ich nicht ich überlege mir es jedoch weil das eigentliche tool hinter btor von der uni linz die haben einiges an sachen rausgeworfen und die lizenz geändert das ist jetzt nicht mehr open source und so nämlich sehr komisch in den symbolischen beweisen diesem akademischen feld das wird sehr stark davon getrieben dass es wettbewerbe gibt wo jedes jahr jeder sein tool ein reicht und dann haben sie irgendwie neue schwierige test cases und schauen welches tool ist am schnellsten und so und die neue lizenz bulector heißt das tool was btor verwendet und die neue lizenz davon sagt du darfst keine darauf basierten arbeiten in solche competitions einreichen was halt nicht so cool ist weil das ein bisschen innovations stoppen ist weil bisher war die idee einer gewinnt quasi dieses jahr alles nächstes jahr sind die helft der einreicher basierend auf dem tool mit marginalen verbesserungen und so geht es quasi weiter und jetzt kann man nur sagen okay dann kann man halt nichts machen ja es gibt ja es gibt ja es gibt das haben wir gesehen aber es gibt auch andere es gibt zum beispiel sind anders und jetzt sage ich so als ob es viele gäbe im augenblick sind die beiden einzigen aber ich habe vor mehr solche commandos zu machen die dann schon die synthese machen für eine spezielle ziel architektur in dem fall xylings fbgas mit xylings fbgas ich interessiere mich für nichts vor siebener serie ja und dann halt satsolving solche sachen nein ich verwende also ich ich habe keinen satsolver geschrieben ich verwende minisat aber es ist Teil von jesus also es ist nicht so dass er ein bits im file schreibt und einen externen satsolver auf ich habe noch ein paar Verilog examples einfach nur um zu zeigen was so die Dinge sind die man in Verilog machen kann was diese examples auszeichnet alle drei von den freien tools die es gibt die sagen ich kann Verilog synthese ist josef das einzige das diese examples kann gut hier das erste wäre detect prime ein primzahlen erkennungsding das halt für einen 5-bit input sagen kann ob der input eine primzahl ist oder nicht und das macht er ganz einfach indem man nämlich in einer lookup table nachschaut also das ausgangspin ist einfach das art bit in loot aber wo kommt die loot her sie kommt von diesem initial block der quasi in der sicht der simulation nicht beim starten einmal ausgeführt wird und diesen loot speicher mit werten befüllt und wenn ich ein gescheites tool habe dann kann es eben auch so ein missional block auswerten und damit irgendwelche konstanten lookups und solche dinge zu befüllen und den print teiltest selber den mache ich einfach indem ich in verschachtelten schleifen teiler tests mache also das ist jetzt kein besonders neuer print zahlen test brauche ich aber nicht für 5 bit hätte ich mal die optimierung gesparen kann so anderes beispiel das ist jetzt auch ein beispiel wo ich schleifen habe aber ich werde diesen generate block gehen generate ist eben so eine art präprozessor funktionalität wo ich eben mit einer generator variabel deklarieren kann da mache ich einen generate block und innerhalb vom generate block stehen jetzt sachen wie for und if und so also klassische ablauf steuerungen das wird aber beim lesen von wäre log file quasi alles ausgeführt und diese schleife wenn die iteriert dann wird quasi der block der mehrfach instanziert und für jede der instanzen ist das innere i hier die entsprechende konstante und in dem fall baue ich eben einen ripple carry adder und ich baue diesen ripple carry adder indem ich hier quasi so einen stage block habe in das synthetisierten design heißt dann stage auf null zu punkt in eins zum beispiel so heißt das variablen dann und das was in äckigen klammern ist diese index variabel und ja man sieht ich kann dann auch so sachen machen wie hier greife ich zum beispiel auf die vorhergehende stage zu und der hierarchische namenslookup im verilog schaut dann quasi gibt es in meiner aktuellen ebene was nein wenn nicht schaue ich eine weitere ebene drauf ja dort gibt es ein stage dann schaue ich in das entsprechende element hinein und so und so ja also das ist eine art wie man addierer bauen kann ich empfehle nicht so addierer zu bauen aber es ist naja ich habe eher gemeint ich empfehle quasi das plus zeichen zu verwenden wenn addierer zu bauen wäre locker aber ja da kommt im einfachsten fall so was raus aber du musst du musst dich bemühen dass so was raus kommt weil normalerweise macht er eine carry look addierer was passiert in stage 0 das ist ein halber tierer genau stage 0 ist ein halber tierer weil ich da nur in 1 und in 2 habe und die anderen stages sind voller tierer und da hole ich mir dann das carry von pro addier ist ein halber ist ein halber gut also wenn man wäre logcode aus den 19 an sich anschaut der schaut so aus das sind eben die oh da haben wir jetzt händisch zuerst die test bench gemacht und dann schreiben für jedes modul ein replacement modul in dem wir explizit gutter instanzieren was haben wir hier ein content addressable memory also ich glaube das interessanteste hier ist eigentlich dass ich ein memory habe content addressable oder nicht ist egal und memory deklariert man wäre log eben so dass man sagt man rack und dann die bit breite und den identifier aber wenn ich hinten drauf noch einen bereich angebe dann ist das quasi die dimension also wir haben jetzt depth elemente die ich einzelne adressieren kann jeder ist breit ah ja das ist konvention hier macht tatsächlich einen unterschied warum du schreibst das geht quasi raus also es macht praktisch kein unterschied zu den rest eines codes aber aber die frage ist quasi wenn ich null sage meine ich damit das least significant bit oder most significant bit und in dem fall meine ich das least significant bit und darum wird das praktisch immer so geschrieben dass ich von hoch nach niedrig ziel bin meistens möchte mit null das least significant bit adressieren und hier hinten ist es wurscht da ist nur das intervall wichtig aber es ist wurscht ob ich quasi von klein nach groß oder groß nach klein und interessanterweise ist es hier üblich und ich habe nicht herausgefunden warum von klein nach groß zu schreiben aber wenn du es umdreht ist exakt das gleiche verhalten damit kann man nicht den unterschied zwischen inzwischen kann kann jose auch mehr dimensionale arrays das einzelne wäre doch 2005 features die ich erst relativ spät unterstützt habe ich empfehle aber nicht mehr dimensionale arrays zu verwenden in der formalen larifikation weil formal lange dauert nein das auch aber formal wenn ich quasi irgendeiner der array dimension out of bounds bin dann kriege ich ein ein x-bit zurück ein undefind aber bei der art und weise wie ich die höheren array dimensions mache mache ich quasi die entsprechende die entsprechende adressberechnung und am schluss ist es ein großes array und wenn ich quasi in eine innere array dimension rüber laufe dann wandere ich quasi in eine andere speicherstelle was genau das ist was ich bei synthese erwarte also bei synthese gibt es da quasi kein kein nichts zu kritisieren aber wenn ich formale verifikation mache dann will ich dass dort ein x-bit, ein undefind bit rauskommt und nicht ich kann mich darauf verlassen dass wenn ich in der array dimension überlaufe dass ich dann auf diesem anderen element des speichers lande ja so ja ja also ich habe vloghammer ist ein tool das ich geschrieben habe mit dem ich Bugs in errelog tools finden kann ich habe viele Bugs in josis gefunden und viele Bugs in anderen tools die in josis sind am schnellsten gefixt gewesen weil du den ziemlich guten Draht zu dem hattest du das machen musst genau dicht gefolgt von allen anderen open source tools also die Bugs die ich gefunden habe in Icarus Verilog die ich gefunden habe in Verilater und so die waren meistens innerhalb von einer Woche gefixt bei den kommerziellen tools haben die Bugs die ich reporte danach eine halbwertszeit von über einem jahr also und das problem ist aufgrund der art und weise wie im vloghammer arbeitet der auto generiert tausende und abertausende zeilen von so einem unsinn hier übersetzt das mit allen möglichen tools und verwendet dann die features in josis für formale Verifikation um herauszufinden ob die tools das gleiche gemacht hat ja und da findet man viele Bugs auf diese Art und Weise aber wenn du dann so eine Datei hast find den Bug also man sitzt dann ein bisschen und natürlich nach einer gewissen Zeit findet man immer und immer wieder die gleichen Bugs und dann sagt man diesen Bug in weiß ich nicht altera quatus habe ich doch schon gefunden das heißt ich denke mir dann okay jetzt reporte ich mal alles und wenn die dann das alles gefixt haben dann lasse ich mein Tool nochmal drüber laufen und dann sehe ich die Bugs die halt nur von einem Promille der Test Cases getriggert werden und so weiter das ist eine Iteration von einem Jahr oder so ja so in der Art die kommerziellen Tools haben im Augenblick ungefähr die Statistik von einem aus zehn Test Cases von Verilater den letzten Bug den ich gefunden habe hat eine Triggerrate gehabt von 1.000 in 15.000 also wenn man quasi von dem irgendwie extrapoliert werde ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang Bugs reporten können für kommerzielle Synthese Tools das heißt ist es nicht sind das Grenzfälle die du findest oder sind das Sachen die echt in der Synthese dann dazu führen dass wenn ich ein kommerzielles Tool verwende meine Synthese rotte ist was dann da rauskommt jetzt ist doof dass mein Server down ist und die Website weil ich auf der Website die ganze Tabelle habe mit allen Bugs ähm Google Cache ähm äh Ah hier äh äh Archiv kann es haben Archiv.org hat sich eine Kopie ja so Google Cache jetzt bin ich gespannt so related projects loghammer haha 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 ja ja genau das war dann nichts latest Google Cache latest probieren wir mal latest so ok so ah aber ja nein Google Cache ist ja da einer da müsst ihr auch weil das Teil von dem gleichen Repository ist ja perfekt so also da zeige ich dann Bankreports die so ausschauen nachdem ich quasi die Bugs gefunden habe ähm was was haben wir hier äh Tippfehler äh äh zweite Zeile wo wo das erstes Wort ja äh das ist falsch schön wurscht gut also was äh 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 was haben wir hier äh diese Operatoren hier das ist der Concordinate Operator der würde quasi den Vektor A einmal an sich selber hängen dann kommt der Vektor raus der doppelt so groß ist ähm und das ist der Replicate Operator das ist in dem Fall machen die beiden das gleiche und beide sind so spezifiziert dass das Ergebnis anseind sein muss und bei XST ist es offenbar so dass wenn ich den Replicate Operator auf einen Ausdruck verwendet der seind das ist das Ergebnis trotzdem seind das ist äh ich glaube das ist sehr gut repräsentativ für die Art von Bugs die ich finde das sind Bugs die wahrscheinlich die allermeisten Leute beim Schreiben von Codes sowieso vermeiden weil sie selber den Standard nicht gut genug wissen herauszufinden und sagen zu können was passieren wird das Problem das ich hier sehe das wird dann oft als Argument angeführt was budle ich mich so oft das sind eh nur irgendwelche ganz ganz esoterischen Spezialfälle das Problem ist dass wir jetzt immer mehr HDL Code haben der von Programmen erzeugt wird und wenn ich jemanden sitzen habe der sagt ich bin jetzt auch ein FPGA Designer weil er im Matlab einen Button drücken kann der eben den Filter erzeugt und dann geht das nicht wegen sowas das schaue ich mir an dass der den Bug findet und darum bin ich da sehr dahinter und natürlich auch da mit Josus eine bessere ist der so für die Gruppe dass Menschen nicht probieren werden das würde für die Assen sein gell obwohl sie es sich für eine lange Zeit vornehmen machen manche Bugs sind auch in Wirklichkeit das ist dann nur das Symptom für ganz anderes Gebrechen das man dann tun nichts überall fixen sollte ja also dann dann jetzt das solche Sachen das hier war die einfachste Form auf die ich den Bug reduzieren konnte offensichtlich was schief geht bei diesem Ausdruck oder? das ist ein OR Reduce das heißt das ist ein Prefix Operator der das was danach kommt auf ein 1 Bit Ding reduziert indem es alle Bits verodert und das hier ist eine 32 Bit Konstante bei der die unterste Bit 1 gesetzt ist das heißt Pipe 1 ist die einfachste Möglichkeit einen 1 Bit 1er zu machen weil ansonsten müsste ich schreiben 1 Anführungszeichen B1 und das ist doppelt so schnell das heißt das heißt wenn ich quasi an einer Stelle bin wo ich möchte dass jetzt eine 1 Bit Variable steht weil ich weiß wie Verilog mit mehr mit größeren Vektoren umgeht und so also ich habe festgestellt dass ich anderen Verilog Code schreibe seitdem ich das blöde Tool geschrieben habe weil ich auf einmal diese ganzen Details kenne und sage ah und wenn ich das Tool an der Stelle dazu zwinge das als 1 Bit Variable zu betrachten dann wird dieser Ausdruck gleich ah ok das ist das selbe Pack wie vorher mit Vorzeichen 0 nein da ist nichts mit Sein das ist alles an Sein das Problem hier war dass ich es wäre der Pack wenn das 32 Bit aber einmal sein wird das höchste Ding das Problem ist dass der richtig einen Pack gehabt hat bei der Implementierung von xOder Reduce wenn der Vektor der xOder reduziert wird zweimal das gleiche Bit beinhaltet weil Sie quasi bei jedem Bit den Sie verxodern nachschauen ist das Bit schon im Set und wenn es schon im Set drinnen ist wird es durch das zweite Mal Einfügen rausgenommen und da haben Sie irgendeine Memory Corruption gehabt Verific ist das ist die Library die hinter den allermeisten kommerziellen für diese Tools steht also kaum von welche von denen schreiben ihr eigenes Ding sondern die lizenzieren Verific ansonsten das habe ich halt einen Bug präsentiert aber man hat gesehen ich habe viele Bugs auch woanders gefunden die schlimmsten Bugs habe ich sowieso an Joses gefunden das ist eine Firma die ein unglaublich komplexes Produkt macht und die 100 Kunden hat weltweit die Frage ist ob du denen das nicht verkaufen solltest ich bin mit ihnen in Kontakt weil woher finde ich diesen Bug ich habe eine Academic Lizenz von der Library es gibt zwei Leute die das haben ich und der Main-Thema von ABC weil die sind so klein die haben nicht ein Academic Program oder was auch immer und ich habe ein Mail hingeschrieben und habe vom Vice President of Sales ein Mail zurück bekommen ich solle doch anrufen und wir reden sehr gut sehr gut sehr gut ja sehr gut ja aber das ist die übliche Strategie dass auf Academic hergewerden sein wollen und wenn die Leute in der Industrie sind Geld machen was ich interessant finde ist ich habe dann eine Woche später jemanden am Subreddit gehabt wir haben keine Mailingliste wir haben am Subreddit ich habe dann jemanden am Subreddit gehabt der von Verific war und gesagt hat er versucht zu evaluieren wie gut die Code Qualität ist von dem was mein Tool erzeugt und das war natürlich spannend gewesen da ein bisschen die Hintergründe zu er hat nichts verraten er hat nichts verraten ich habe auch nichts mehr gehört also ich habe einen Pointer gegeben quasi gut was habe ich noch alles gemacht um sicherzustellen dass JOSIS auch wirklich das tut was es tun soll es gibt ein Paket namens JOSIS BigSim da sind diese Projekte drinnen die sind alles Open Source Verilog HDL Projekte zum Teil recht große Dinge das ist eine Amt CPU und die kann ich alle übersetzen und die verifizieren alle mit JOSIS also das kann glaube ich auch ganz gut zeigen dass man damit wirklich Dinge machen kann und nicht nur irgendwie kleine Hellerberg Programme übersetzen und das Pong Spiel auch ja das Pong ist furchtbar also das ist ja nicht mein Pong das ist nicht mein Pong das wäre log Pong der Grund warum das wäre log Pong da drinnen ist weil das furchtbar schlechter wäre log Code ist und zum Testen es furchtbar schlechter wäre log Code hervorragend der liebste wäre log Code ist ist der den jemand geschrieben hat nachdem er irgendwie ein Tutorial gelesen und halb verstanden hat aber er hat etwas produziert das tatsächlich funktioniert weil das ist dann der Code wo die Ausdrücke vorkommen die ansonsten nie jemand verwenden wird und auf einmal wird es getestet ganz großartig und das Electric-Elliptic-Curve war das da? das ist nur ein ja eine ECG ah ok das heißt da also die machen quasi genau diese diese Eid und Scala-Mull-Operationen haben die in einem Core implementiert was interessant ist wenn man damit sicher einige Sachen schön schnell machen kann ja also ich habe diese Core natürlich auch nicht mehr angeschaut die was das für mich immer die das Kriterium ist ob ich da was reinnehme es muss eine Testbench haben es muss halbwegs vernünftig Standalone testbar sein da habe ich bei vielen CPUs Probleme weil die dann quasi ihr eigenes Testing-Framework brauchen und einen eigenen Spezialkompiler und so weiter und so fort und es soll die Größe nicht haben primär weil es große Memories hat das ist halt noch was also wir haben schon öfter Leute gesagt nimm das doch rein das ist ein geniales Design das hat 2 Millionen Gates ja warum hat es 2 Millionen Gates weil es ein Memory hat mit einem Megabit das ist nicht spannend ja da reicht es wenn du eines teilst und sowas ja gut also ich brauche hier glaube ich in der Runde nicht allzu viel darüber reden warum das eine gute Idee ist Open Source Software zu haben lizenziert ist das ist unter der ISC Lizenz das hier ist die ISC Lizenz das ist mir lieber als die GPL das ist im Prinzip eine 2 Clause Birstie Lizenz mit ein bisschen einem einfacheren Wording dass das noch geht ist eh überraschend aber es geht ja also das ist mir und das war mir wichtig schon so eine Lizenz zu machen und nicht irgendwas wie die GPL und jetzt höre ich dann aber natürlich öfter von Leuten ja aber mit der Lizenz werden das Leute in ihre kommerziellen Tools einbauen ja genau das will ich ja also es ist gibt es übrigens einen guten Rahmen zu dem Thema von wie heißt der Autor von von dieser ich sage es noch nicht also ich ich glaube das hat man auch bei LLVM gesehen dass quasi bei dieser Art von Software dass das ganz ganz wesentliche Auswirkungen auf den Erfolg von dem Projekt haben kann dass man einfach sagen kann verwendet es für alles Mögliche also ich weiß von drei Firmen die im Augenblick Josus in einem kommerziellen Tool verwenden zwei von denen haben vor irgendwann mal auf Verifik umzusteigen aber können sich jetzt noch keine Verifik Lizenz leisten das war auch recht so was könnte man so machen mit Josus wir sind in der Folie 34 von 150 fürchtet ihr euch? wir werden viel überspringen was kann man so machen ich kann natürlich Josus wirklich als Thesitrol verwenden und irgendwie meinen Chip damit machen was auch immer Gibt es da jetzt eigentlich schon für Normalverbraucher Möglichkeiten? ja E-Fabless E-Fabless kommt gleich also du kannst du kannst mit Josus natürlich irgendwie einen Chip übersetzen oder sonst was ich verstehe aber sehr gut wenn jemand sagt das ist jetzt irgendwie nicht geheuer sondern einen Chip irgendwie mit Josus zu übersetzen und dann irgendwie eine halbe Million Dollar darauf zu wetten dass das gepasst hat was ich immer sehr pushe ist das hier dass man Josus verwendet einfach nur um zu schauen wie groß wäre das wenn wir es übersetzen weil für viele Projekte ist das so dass diesen Keda-Tools was ist was gemietet wird und nicht gekauft und dann ist das natürlich ganz praktisch wenn wir irgendwann mal sagen können wir entwickeln mal ein halbes Jahr und verwenden irgendwie ein anderes Tool um einfach sinnvolle Abschätzungen treffen zu können von wie vielen Gattern reden wir da jetzt und so weiter und so fort und wenn dann nachher ein kommerzielles Tool das noch besser machen kann das ist natürlich eine angenehme Überraschung meine Hoffnung ist natürlich dass ich irgendwann an den Punkt komme wo ich Leute dann hier enttäusche und sie sich dann denken mit Josus ist es ja schon so klein wie klein wird es erst werden mit dem anderen Tool und dass dann ein anderes Tool kaufen und es wird nicht klein genau das ist quasi das Morphic Ziel ich habe einen Vergleich in der FPGA Synthese und dort ist es für die High Level Synthese ziemlich gleich also wenn ich quasi am Schluss einfach nur diese RTL Netzliste vor Techmap wieder rausschreibe und das dann in das Synthese Tool von Xilinx zum Beispiel hinein stopfe dann sieht man es kommt ziemlich das gleiche so oder so raus und mal macht mein Tool das schnellere Design und Xilinx das kleinere und mal macht Xilinx das schnellere Design und mein Tool das kleinere also zumindest da sehe ich jetzt keine großartigen Unterschiede es gibt natürlich Sachen wenn man dann sehr sehr gefinkelten wäre logrot vielleicht schreibt wo man sehr sehr viel Schlauheit vom Synthese Tool verlangt dass es dann dort Unterschiede gibt aber da kann man natürlich drüber streiten wie sinnvoll das ist so oder so viel vorauszusetzen ja was auch glaube ich sehr spannend ist insbesondere im Zusammenhang mit anderen Open Source Tools ist dass ich einfach nur JOSOS verwende um Verilog nach einfaches Verilog zu übersetzen weil ich habe jetzt schon ein paar mal erwähnt es gibt ein paar andere Tools die behaupten sie können Verilog Synthese aber sie können nur ganz ganz triviale Sachen aber das sind schon integrierten Tools nicht also ich habe zum Beispiel VTR wo jetzt Odin 2 das Frontend ist und das kann Xilinx Synthese und ich kann einfach hergehen und mit JOSOS eine Verilog Netzliste machen die nur noch irgendwie einfache Gatter instanziert und damit dann in ein Tool hinten hineingehen das nur sehr einfaches Verilog kann oder ich kann einfach Verilog in andere Formate übersetzen also die ABC Leute zum Beispiel die verwenden JOSOS um Verilog nach Bliff zu übersetzen damit sie dann nette Test Cases haben die sie verwenden können für ihre Arbeit weil die interessieren sich nicht für die High-Levels und diese die interessieren sich nur für die Gatter-Sachen aber es ist natürlich trotzdem spannender irgendetwas mit einem Open Source 32-Bit-Aben-Prozess probieren zu können als mit da habe ich fünf Gatter und jetzt schaue ich was dieses Tool damit macht ja und dann natürlich die Möglichkeit irgendwie Algorithmen auszuprobieren sich dort mit eigenen Sachen hinein zu hängen hast du da Feedback also genutzen das Leute die irgendwas Neues ausprobieren tatsächlich oder? ja ich habe ein paar mal von Leuten quasi auf Reddit gelesen die quasi angefangen haben sich Sachen anzuschauen ich weiß von einem Menschen der einige Sachen macht in dem Bereich hier mit dem Sat-Solver in JOSOS aber wie eben bei all diesen Sachen man kriegt relativ wenig Feedback wenn die Leute eigentlich große Probleme haben das ist immer schwierig zu sagen wenn das Feedback zurückgeht ist es quasi weil ich jetzt schon den ganzen Markt abgedeckt habe und jeder war bei mir oder ist es weil die Leute weil es funktioniert das kann ja schreien genau weil die Leute melden sich wenn sie Probleme haben dann zeigen sie auf und sagen das geht nicht ich baue halt wieder mal einen Park ein das wird wahrscheinlich sich so ähnlich wie Open-Iscut das halt die ganze Welt Open-Iscut verwendet das im Weg dann selbstverständlich vererwähnt ja ja genau das tut was man verwendet das wäre das Ziel sowas zu machen eigentlich wie realistisch es ist weil die Zielgruppe doch kleiner ist als die Zielgruppe von Open-Iscut ja und weil halt die Zielgruppe deswegen noch so eines der Prozesse halt so teuer sind gut also es gibt ein paar Sachen wo ich weiß das verwendet jemand es gibt auch dieses eFibless kann man gehen auf eFibless.com die wollen quasi einen billigen 180 Nanometer Prototypen Prozess anbieten und die sind drauf gekommen also die haben von dem was ich gehört habe von ihnen sie haben schon feste Vereinbarungen mit Fabs und so von der Seite steht quasi alles aber dann sind sie drauf gekommen und das nutzt irgendwie nichts einen billigen Prototypen-Essig-Prozess zu haben wenn du 150.000 Euro ausgeben musst für die Software um den Chip zu designen den du Prototypen möchtest und darum sind die sehr interessiert an Josus und die bauen im Augenblick eine Web-IDE für Chip-Design sodass du dann quasi auf ihrer Seite das komplette Projekt im Web-Browser machen kannst du hast natürlich vorher irgendwie mal schaut dass dein Virela-Code funktioniert hast du es in den FPGA ausprobiert und so weiter und so fort und dann gehst du auf die Webseite und verwendest dir ein Web-Essig-Tool um deinen Chip zu machen von was für Kosten redet man bei denen dann? ich darf es nicht sagen aber wir können ja nachher reden wenn die Kamera nicht läuft warte einmal so welche Plattformen werden unterstützt also ich entwickle und Ubuntu oder Kubuntu und nicht dass das irgendeinen Unterschied machen wird für das was Josus tut unter Ubuntu gibt es ein PPA das heißt man kann auch das einfach von dort installieren ohne dass man das selbst übersetzen muss ich glaube EBC gibt es inzwischen in Debian ich weiß noch nicht ob es ich glaube Josus aber auch das ist der gleiche Packet-Maintenor kannst du das mal weg tun? gegen der Punkt wieder ja das ist draußen da schiebt die über den Tisch rum ok ja generell und wenn man Linux übersetzen möchte man braucht einen Compiler mit zumindest rudimentären C++11 Support das heißt GCC ab 4.6 unterstütze ich oder einen aktuellen Klang und inzwischen gibt es auch macOS und OpenBS D-Ports und es gibt einen Windows 32 Port ursprünglich hat es geheißen Windows 32 Port macht jemand anderes und dann war das halb fertig und dann habe ich mir ein Windows in einer Virtual Machine installiert ist es so aufwendig das zu blockieren? der Code müsste ziemlich unabhängig der Code ist sehr sehr unabhängig aber es waren zunächst mal einige Sachen vom Bildsystem es ist doch ein sehr sehr großes Projekt und du willst dir nicht irgendwie im Visual Studio mal eine Solution anlegen und dann irgendwie 100 Files einzeln hinzufügen und so das heißt da gibt es inzwischen einen automatisierten Prozess du kannst unter Linux sagen, wenn du das für den Windows 32 Bild konfiguriert hast make this pin 32 und dann macht er sowohl ein mit MXE cross übersetztes pin 32 binary als auch ein ZIP-File mit den Visual Studio Sourcen mit einem kompletten Visual Studio Project und Solution und ja gibt es auch auf der Website zum Bauen gut dann wollte ich noch ein paar andere Open Source Tools erwähnen im speziellen Icarus Verilog Icarus Verilog ist ein Verilog Simulator jetzt nicht unbedingt ein besonders schneller Simulator was die Ausführungszeit angeht aber ein besonders schneller Simulator was die Übersetzungszeit angeht weil die Ausführung nämlich ein Interpreter ist und die Übersetzer nur quasi das eine ASC-File in ein kompakteres ASC-File überführt und ich persönlich muss sagen ich mag das sehr an Icarus Verilog weil ich nämlich selten System Level Sachen mache ich mache meistens meine kleinen Rechen-Cores und so und da ist es so dass bei den meisten tollen großen Tools die Übersetzungszeit viel viel größer also die Ausführungszeit und da bin ich schneller mit Icarus Verilog dann erwähnen wir das Q-Flow das ist eben ein kompletter ASC-Flow der unter anderem IOSUS verwendet was ich irgendwie sehr nett finde das ist jetzt nicht unbedingt besonders anwenderfreundlich Q-Flow das ist ein bisschen ein Kraftwerk sich da hinein zu lesen aber ich finde das großartig einfach nur dass es das gibt dass ich einen Chip machen kann nur mit Open Source Tools und dann natürlich das ABC was da eigentlich noch dazu habe ich da was ist dann die Ausgabe von Q-Flow welche Formate gibt Q-Flow dann aus? Q-Flow was macht macht DEV heißt das DEV ist wieder ein Standard von von Cadence und ist quasi eine eine ja dann kann man das DEV in GDS 2 umwandeln GDS 2 ist das Standardformat das an die FIPS geschickt werden also das ist ein GDS 2 ist ein Vektorgeometrie Format also ursprünglich natürlich auch wieder ein Format das für eine Art von obskuren Fotoplotter gedacht war wo er dann quasi mit Masken an Stellen fahrt und ein Viereck belichtet oder ein Kreisbogen oder was auch immer aber aber im Wesentlichen ist es ein ein hierarchisches Vektorzeichen Format hierarchisch weil du sagen kannst das ist meine Zelle und jetzt wird diese Zelle hier 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 und hier instanziert und das ist halt das Standardformat auf das die Industrie sich geeinigt hat also die FIPS wollen alle GDS 2 also im GDS 2 macht man aber kaum was also die meisten Sachen macht man einen Schritt davor in diesem DEV Format ja und dann EBC und Verilator wäre auch noch ein Tool was man erwähnen könnte das ist auch ein Verilog Simulator aber einer der Verilog in C-Code übersetzt und sehr sehr schnell ist Verilator ist meines Wissens nach der schnellste Verilog Simulator im Augenblick weil sie nämlich auf die auf den Undefined State pfeifen also in Verilog gibt es quasi 1 dann gibt es 0 und dann gibt es Z Z ist komisch das braucht man für Tristate Logik und dann gibt es X für Undefined und jedes Register beginnt quasi sein Leben als Undefined und so weiter und so weiter und Verilator geht stattdessen her und sagt quasi überall dort wo was Undefined rauskommt die Vision durch 0 oder der Initial State sind einfach zufällige Bitmuster und das funktioniert erstaunlich gut also in der Regel hat es genau den gleichen Effekt da zufällige Bits hineinzuschreiben wie X-Bits hineinzuschreiben nämlich wenn ich einen Fehler habe kommt was Falsches raus und damit sind sie halt irgendwie doppelt so schnell wie das schnellste kommerzielle Tool und sind auch sehr sehr beliebt die werden den C-Code ja kompilieren und ausführen ja und der kann halt auch verschiedene Arten von C-Code erzeugen also er kann quasi C-Code erzeugen der die eigene Schnittstelle verwendet er kann C-Code erzeugen der eine System-C-Schnittstelle verwendet also man kann das dann gut auch in anderen Sachen enticheln so ja Josus needs you you even if you're not using his step ja also generell versuche ich bei den Leuten dazu zu bewegen einfach Josus zu verwenden auch wenn sie es nicht als das finale Tool verwenden einfach nochmal das eigene Design durch Josus auch durchschütten und schauen was passiert vielleicht kommt man ein Bug in Josus dann freue ich mich wenn man den reportet an mich und es kann eigentlich nie schaden in dem Bereich seinen eigenen Code mit möglichst vielen Tools zu verwenden eben weil das ein Bereich ist in dem so viel daran hängt dass der gleiche Code exakt das gleiche überall macht und überall funktioniert und inzwischen ist der Sprachsupport von Josus sicherlich gut genug um sagen zu können wenn Josus irgendein Problem hat bei dem bei dem File mag sein dass es noch ein fehlendes Features in Josus aber wahrscheinlich ist es auch ein Feature das nicht so gut getestet ist in all den anderen Tools wenn es bis jetzt nicht aufgefallen ist dass das Feature in Josus fehlt so Sachen wie Großu für Oktalzahlen Gut also das ist quasi das was ich mir von jedem wünsche der irgendwas macht in dem Bereich aber natürlich noch viel besser wäre es wenn Leute quasi irgendwelche Entwicklungen machen wollen in dem Bereich wenn man dann gleich Josus als Auskunftsbasis macht und das drum herum aufbaut Wie schaut das aus mit Open hardware? Gibt es da irgendwie so eine Statistik in was das gemacht wird? Gibt es die meisten in Merilog oder machen das viele in VHDL oder? Das kannst du dir auf Open course zum Beispiel anschauen wie dort die das Verhältnis ist Habe ich nicht gemacht hast du das schon gemacht oder? Es ist ich könnte das jetzt nicht so sagen Ich habe das Gefühl Ich habe das Gefühl Es gibt auf jeden Fall einen geografischen Unterschied dass in Europa praktisch kaum Werilog gemacht wird und in den USA ist es ein bisschen eine Frage ob du an der West- oder Ostküste bist Was halt für mich dafür spricht dass ich mir zunehmend mehr Verilog erwarten würde in Open hardware ist dass es praktisch keine VHDL Tools gibt Also es gibt das GHDL was ein GCC Frontend ist für VHDL Ich habe noch niemanden gefunden der wirklich glücklich war mit GHDL Es ist irgendwie unglaublich schwierig zu in Betrieb nehmen und dann funktioniert es nicht wirklich gescheit Auf der Synthese Seite gibt es praktisch überhaupt nichts Und auf der Verilog Seite gibt es unglaublich viele Tools Also es gibt eben zwei sehr gute Simulationstools das Verilater und der Icarus Verilog Es gab mehrere Versuche ein Verilog Synthese Tool zu machen und Josus ist eben eins davon Also ich sehe quasi auf der Tool-Seite viel viel mehr Bestrebungen Tools für VHDL zu machen für Verilog zu machen Sicherlich weil es auch die Low Hanging Fruit ist im Vergleich Also ich nehme an dass das vielleicht auch ein bisschen einen Unterschied machen wird Jetzt ist es also die meisten Leute verwenden dann wieder kommerzielle Tools natürlich für ihre Open Hardware und dann ist es ziemlich wurscht und dann machen sie das was sie was sie halt gelernt haben auf der Uni oder sonst wo Auf OpenCourse ist es mehr Verilog oder Verilog Ja ok Sehst du? Ja Also wenn man Online-Coach schreibt in dem Bereich dann glaube ich ist es immer gut sich anzuschauen ob man das nicht in Josus Projekt machen kann also ein Modul zu Josus Wenn man Sachen macht die sehr sehr Gate-Level-lastig sind dann ist natürlich auch noch eine Option sich anzuschauen ob man das nicht in ABC einbauen möchte Gibt es halt unterschiedliche Internetdarstellungen und so Josus unterstützt ein Mechanismus für Runtime Loadable Plugins Also man kann da auch Leichtprojekte machen die komplett losgelöst sind und die jetzt nicht unbedingt quasi Forks sein müssen von Verilog und natürlich VADL Frontends sind immer gerne gesehen Im Augenblick gibt es zwei Möglichkeiten die man VADL verwenden kann mit Josus Das eine ist es gibt einen VADL To Verilog Converter der FreeS und FreeBS und den man aus Josus heraus verwenden kann Einzige Problem ist er ist nicht sehr gut Also wenn man einfache Netzlisten oder so hat funktioniert es aber darüber hinaus geht es nicht Und die andere Möglichkeit ist es gibt ein Verific Support in Josus Also wenn man zu den wenigen Leuten gehört die eine Verific Lizenz haben Dann kann man das entsprechende Feature in Josus aufdrühen und dann Verific als Sprachfrontend verwenden Der Converter der kann von der Sprach von VADL nicht viel oder wie war das nicht zu verstehen? Er kann von VADL nicht unbedingt viel aber vor allem macht er manchmal komische Sachen wenn der VADL Code ein bisschen komplizierter ist Und das ist das blödere weil es dann einfach nicht funktioniert Also es gibt inzwischen in diesem PROC Befehl gibt es auch einen dezidierten Workaround für ein Konstrukt das so schwachsinnig ist dass das niemand in der freien Bildbahn verwenden würde aber dieser VADL To Verilog Converter spuckt das regelmäßig aus Gut das war der grobe Überblick über das Projekt was ich so gemacht habe Und ich würde sagen wir machen jetzt eine Pause von 10 Minuten eine Viertelstunde oder so Und dann werden wir selektiv über die verbleibenden 110 Slides gehen und dann werden wir fragen Und dann werden wir sagen wir können